Ich lade meinen Ballermann und baller dann auf alle Mande, deine Ballermatterfucker, bänge deine Mama vor der Kamera, der Kanada, gar meine Mama mit der Ganne, Mama ist back, es ist Kuli, gerade der Boss. Damn. Was sagst du dazu? Fand ich ganz schlecht. Dankeschön. Ich dachte, du bist der Alpha, Kevin. Ich bin tatsächlich halt ein übster Alpha. Das habe ich halt im Alpha-Mentoring-Programm von Kollegah gelernt. Es ist unfassbar wichtig. Hat der auch so eins, oder was? Der hatte mal so eins und ist dann halt aber wirklich, also es ist so cringe gewesen. Danach habe ich mich aber auch ganz klar von ihm distanziert, weil es einfach nur noch unangenehm war. Ah, okay, okay. Okay, naja, gut. Ja, nee, das wollte dann niemand. Ja, aber es ist schön, dass wir uns hier zusammengetroffen haben, aber diesmal nur zu zweit. Ja, ganz richtig. Wir haben Just Nero entfernt, weil der war einfach zu langweilig. Ja, wir haben so gedacht, so ja, so ein zugezogener Ossi, das will dann halt auch niemand. So entweder du bist straff, halt schon Ossi gewesen, schon immer, aber er ist halt so zugezogen am Ende des Tages und nee. Er zählt nicht wirklich, ne? Er zählt nicht wirklich. Also Österreich auch schon schwierig, Sachsen, okay, auch schwierig, aber einen zugezogenen, also ich bitte euch. Ja, also da, nee. Da wollen wir uns ganz klar distanzieren davon. Wollen wir uns wirklich distanzieren. Ja. Na, Just Nero heute nicht am Start, ist sich halt einfach zeitlich nicht ganz ausgegangen. Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Aber, ja, nächste Woche, dann schauen wir mal. Vielleicht bin ich alleine da? Na, Spaß. Ja, du wirst auf jeden Fall alleine da sein. Nein, aber die nächste Woche kann es sein, dass auch mal ein Podcast ohne mich stattfindet, weil ich bin auf Madeira. Genau, ja. Was machst denn du auf Madeira? Ja, also von Online-Titans, die unter anderem auch mit diesem Podcast unterstützen und das alles so ermöglicht haben. Die haben gesagt, ey, lass mal nach Madeira und dort Content produzieren mit ganz vielen anderen Creatern. Und ich habe halt so gesagt, okay, ja, Madeira, ein bisschen Urlaub und so. Und dann habe ich auf einmal so einen Plan bekommen, was wir alles so machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch gar nicht so das Urlaubsding. Ja, ja, fix. Ja. Ich hätte auch mitfliegen können, aber ich habe dann gesagt, nee, halt einfach so. Ich bin überhaupt nicht, wenn es so um Urlaub geht, so dieser, weißt du, dieser Dude, der so voll viel machen will und so. Oder so das Team-Aktivitäten. Ich auch nicht. Aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt ist der Flug schon gebucht. Na ja, nee, aber das geht schon. Das geht schon. Eigentlich, ich bin auch so, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, so, da mache ich nicht viel. Also da mache ich jetzt nicht Videos oder großartig Streams. Vielleicht mal so einen IAL-Stream vom Handy und dann war es das eigentlich. Ach so, hast du schon mal gemacht, so im Ausland? Ja, ja. Lol. Ja, wenn wir zwei Wochen unterwegs sind, dann muss ich ja schon irgendwie ein bisschen aktiv sein. Ja. Ich meine, von nichts kommt nichts. Man muss ja irgendwo seine Brötchen verdienen. Das kennst du doch. Mitten in Rom, so gerade am Streamen. Gerade auch immer so am Reacten und so. Ja, nein, also ist cool. Erinnert mich so ein bisschen damals in meiner Lehre. Da haben wir so Lehrlingsausflüge gemacht. Einmal im Jahr waren wir so eine Woche irgendwo und dann so, weißt du, da muss dann so, gibt es da so ein so ein Brett mit Rädern dran und so ein Seil und dann muss ich da so dran ziehen und dann muss so der andere irgendwas machen oder du musst irgendwelche so scheiß Teamaktivitäten machen. Das ist witzig, aber es ist halt, ich bin 24, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe das alles schon erledigt. Ja, oh nee, bitte. Ja, 24, ne? Ey, jetzt weiß ich auch, wie es sich anfühlt mit 24. Ja, du bist jetzt auch 24 geworden, tatsächlich. Man geht so langsam ein. Merkt, dass es auf einmal so 24 geworden, das ist jetzt am 23. war es ja, 24 geworden und auf einmal, ja, alles ist schwerer. Auf einmal graue Haare. Ja, graue Haare, einem geht es den ganzen Tag schlecht. Der Sack ist zum Boden. Ja, der Sack, unfassbar. Unfassbar. Also, ich muss schon eine Schnüre nehmen und den ans Bein binden, sonst ist das, sonst ist das schon ganz schwierig, tatsächlich. Aber was glaubst du, du wirst mit 25 sein mit? Ach du Scheiße, ich will gar nicht dran denken. Na, bei 25 rundet man ja auch auf, ne? Dann ist man ja schon 30. Dann ist man schon 50, genau 30. Ja, dann ist man doppelt so alt. Ja. Nee, es stimmt, aber die, die Zeit geht schnell vorbei. Ich erinnere mich noch, ne, als ich jünger war. Ja. Erinnerst du dich auch, als du jünger warst? Du, bei mir ist so das Ding so, ich fühle mich immer noch so, als wäre ich irgendwie 16 oder so. Ja. Es ist nichts passiert in der Zwischenzeit, außer, dass ich einen Bart bekommen habe. Und das ist auch erst seit einem Jahr oder so. Ja, ist das jetzt so ein indirekter Front? Äh, ja, ja, schon. Es ist eigentlich ein direkter Front. Okay, es ist ein direkter Front. Ey, hört am besten immer bloß den Podcast, dann müsst ihr mich nicht sehen und meinen Bartwuchs betrachten, meinen nicht existierenden Bartwuchs. Ich weiß nicht, ich habe da die schlechten Gene. Ich weiß nicht, hat dein Papa einen Bart oder nicht? Wie bitte? Hat dein Vater einen Bart? Ja, aber jetzt nicht so ein, eher so ein 3-Tage-Bart. Ah, okay. Und dann wird er wieder abrasieren, dann war es das. Ja. Aber mein Bruder hat auch Probleme, ich habe Probleme. So, mein Bruder ist 27. Der Zug ist abgefahren, ich sage es dir ehrlich. Ja, ich habe das nie verstanden, so Leute, die sich jeden Tag komplett nass rasieren. Also, ich verstehe schon, wenn du so businessmäßig unterwegs bist oder so, aber das ist halt Hey, doch, leider kann ich das nachvollziehen, komplett, weil das Problem ist, bei mir, fängt es an, schon nach einem Tag, dass am Hals, bekomme ich dann so Stoppeln, so Haare. Und wenn ich zum Beispiel ein Video mache, manche haben mich da schon darauf angesprochen, ja, warum lässt du dir am Hals Haare wachsen? Ich denke mir so, ja, weil ich werde nämlich nicht jeden Morgen am Hals rasieren, vor allem schneide ich mich auch jedes Mal. Ja, dann hol dir halt so einen fucking Trockenrasierer, das ist viel nicer. Viel nicer, nicer. Naja, da kannst du es nicht so gründlich rasieren, ich weiß es nicht. Na, egal. Ja, das ist alles scheiße. Ich sage es dir ehrlich, man wird alle, das ist einfach das Problem. Ich sage es dir, guter Tipp, so der beste Trockenrasierer ist der fucking Philips One Blade, hier keine Werbung oder so, aber ist halt einfach so. Und der, aber das Beschissene an dem ist, der ist so, der ist so empfindlich, weißt du, der ist mir einmal runtergeflogen auf Boden aus fucking, keiner, 40 Zentimeter Höhe, ganzes Ding ist zersplittert und so. Dann musst du den, ich wusste nicht, dass du dir den Kopf neu nachkaufen kannst, das habe ich mir mit dem ganzen Rasierer nachgekauft, hat wieder irgendwie 50 Euro oder so gekostet, dann ist er mir nochmal runtergeflogen, ich hasse dieses Ding, aber es funktioniert gut, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Ja, mit solchen Problemen habe ich halt leider nicht zu kämpfen. Ähm, ja, aber schön, schön für dich, freue ich mich. ja. Ähm, wollen wir rein starten in das erste Thema? Nee. Okay, dann machen wir es halt nicht, dann erzähl du erst mal was. Bazzi! Bazzi! Oh mein Gott, was ist denn mit Bazzi los? Erzähl mal, wer ist denn Bazzi überhaupt? Du, guck mal, wir beide haben ein Video dazu gemacht, wir wissen es, ja, wir können jetzt die Zuschauer abholen und können jetzt hier Business-Detail erzählen, was passiert ist bei Bazzi. Ja, du, ich sag's dir, wie es ist, ähm, ich habe letztens gestreamt, vor ein paar Tagen noch, ne, und da war, äh, habe ich ein Video gesehen von DarkoSkin und der hat halt dazu auch ein Video gemacht, ne, zu dem Bazzi. Ja. Und DarkoSkin war gerade so im Chat bei mir, na, ist so ein kleinerer YouTuber und so, aber ich verstehe mich sehr gut mit dem und ich sag, und, äh, ich sag so, ja, na, DarkoSkin, cool, dass du ein neues Video hochgeladen hast, aber ich reagiere nicht drauf, weil ich kenne diesen Bazzi nicht, ne, vier Tage später, ich hau selber ein Video raus. Ja, sauber. Na, Bazzi, ähm, ist ein GTA-Roleplay-Amigo, ne, Streamer, äh, tatsächlich sehr groß, muss man sagen, hatte über 310.000, äh, Follower auf Twitch. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel hat KuchenTV, der hat weniger, oder? Ja, ja, definitiv, also bin ich mir relativ sicher, ich glaube, 2.000 bis 300.000 hat vielleicht KuchenTV, aber ich glaube nicht, der hatte glaube ich nicht 300.000, aber es ist trotzdem krass. Also er hatte, ich glaube in einem Monat um die 70.000 Follower mal dazu bekommen, so zu dieser GTA-Roleplay-Hype-Phase und Bazzi ist dadurch bekannt geworden, dass er in GTA-Roleplay, da spielst du ja einen Charakter und da spielt ja Marcel Harris, also er ist die Imitation von Montana Black, weil Montana Black heißt Marcel Harris, so und dadurch ist er bekannt geworden, weil Monter auf ihn aufmerksam wurde, ne, Monter hat dann so gesehen, halt, jemand spielt meine Rolle sozusagen, ja, also jemand ist ich, so und dadurch ist er halt richtig krass durch die Decke gegangen und richtig bekannt geworden, hat 13.000 durchschnittliche Zuschauer gehabt im November 21, es ging bei ihm richtig voran. es ist halt schon, also ich weiß, ich muss da ehrlich sagen, ich kenne mich mit Twitch gar nicht aus, ich mache Twitch jetzt seit, ich weiß gar nicht, eineinhalb Monaten oder zwei Monaten oder so, ich habe einmal eine Auszahlung bekommen von, weißt du, keine Ahnung, 10.000 Euro oder so, also recht wenig. wenig tatsächlich, ja. Na, Spaß, das war jetzt wirklich ein Joke, aber ich habe keine Ahnung, wie viel man verdient mit Twitch, gerade mit der Zuschauerschaft, ich habe ja durchschnittlich, ich weiß gar nicht, 200, ein bisschen über 200 Viewer, was eh schon viel ist für mich, ne, aber. das ist mega. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um auf 100 Zuschauer zu kommen? Vielleicht so drei Jahre? Ja gut, aber ich habe angefangen, da hatte ich, keine Ahnung, 100.000 Zuschauer und auf jedem Video fucking 100.000 Klicks oder so, das ist irgendwie. Ist nochmal anders, ja, das stimmt schon. Ja. Du bist jetzt schon in Größe. So, guck mal, jetzt bist du in dem Podcast, das pusht sich ja nochmal richtig krass. Das ist ja immens. Genau, ja. Ja, von Twitch, Kaiser Live. Ja, echt Alpha Gamble, ja, danke. Ja, genau. Ja, aber Bazzi hat es halt geschafft und binnen kürzester Zeit extrem viel Reichweite zu bekommen, sau viele Follower dazu zu bekommen und er war auch beliebt in der ganzen Szene, ne, also viele Leute haben den richtig krass gefeiert und die, ich habe es mir auch manchmal angeguckt, das ist wirklich unterhaltsam gewesen, die, die Streams und beziehungsweise so ein paar Videos. Wie bitte? Früher hast du geschaut oder jetzt bei der? Ja, ich habe jetzt, ich habe gestern, ähm, also wir nehmen das jetzt hier gerade am Montag auf, ich habe gestern gestreamt und da hatten wir auch auf einen Clip nochmal reagiert, der war einfach wirklich lustig. Ja. Der war einfach wirklich lustig, ich glaube sogar auf dein Video haben wir reagiert, bin ich mir nicht sicher, oder auf ein anderes Video, ähm, da wurde das nochmal gezeigt, wie er so bei GTA Rope gestreamt hat, das war einfach lustig, es war schon unterhaltsam. Ja, ja. Ja, das ist, es ist cool, es war halt nie so meins, weil ich glaube, das ist halt auch so, ich muss euch ehrlich sagen, ähm, liebe Kinder, liebe Freunde, liebe, äh, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die sonst zuhören, ne, oder alle Leute, die zuschauen tatsächlich, ich grüße euch. Ähm, ich habe diesen Satz angefangen in der Hoffnung, dass es mir wieder einfällt, was ich sagen wollte, was soll ich sagen? So viel, also so viel schaue ich halt nicht selber nach, das meiste, was ich konsumiere, ist halt, äh, YouTube und Bier, aber ansonsten, ich bin halt nicht so, wenn es halt jetzt drum geht, weißt du, so GTA Roleplay und sowas, da kennst dich halt dann mehr aus mit den ganzen Leuten und wie die zueinander stehen und, weißt du, ich meine, da musst du ja mehr involviert sein, als wenn du jetzt bei irgendwem einschaltest und der reaktet auf ein Video, weil da bist du halt direkt drin, da kennst dich direkt aus. Das stimmt. Na? Ja, es kommt immer noch drauf an, wo du gerade so reinrutschst, so wenn du in einer geilen Situation gerade reinrutschst, dann fesselst du dich schon so ein bisschen das GTA Roleplay. Ich hab das ab und zu, hab ich das halt angeschaut bei Miki TV, fand ich auch super spannend. Ähm, ich bin auch nicht so, ich guck nie Gaming-Videos, ne, mich juckt das gar nicht. Aber so mal zum Abschalten fand ich diese GTA Roleplay-Videos ganz am Anfang so übel lustig. Also, war wirklich unterhaltsam und enjoyable. Ja? Ja. Anglizismen. Yes. Oha. Aber weißt du, weißt du, was ich geil finde bei so GTA RP? Kennst du, also halt so die ganzen YouTube-Geschichten, ne, die ganzen so Best-Offs und sowas? Kennst du Glegmeyer? Glegmeyer? Ja. Sag mir grad nichts. So wie Quagmeyer, nur halt Gleg, den müsst ihr unbedingt abchecken. Das ist so fucking lustig einfach. Er macht auch sowas. Ja, ja, er macht so, bei so Games und sowas halt dann so, der geht halt rum und trollt halt die Leute, ne, und dann, also es ist manchmal schon gemein so, aber es ist schon sehr. Ja, aber Trolling ist immer geil, irgendwie, das ist, das war schon immer lustig gewesen, hab ich mir auch gerne angeschaut. Ja, fix, fix. Ja, aber, aber jetzt, jetzt, also wir haben jetzt erstmal erklärt, wer ist Bazzi, also Bazzi, by the way, ist Familienvater. Er hat, glaube ich, ein Kind oder zwei Kinder, bin ich mir nicht sicher. Er ist, glaub ich, um die 30, 29, 28, Also 28 war auch der letzte Stand, den ich so mitbekommen hab, aber vielleicht ist er ja jetzt 29 geworden, ich weiß es nicht. Ja, wir haben es ja bei dir gesehen, das passiert, das war eh tot. Ja, so ist es, ja. Und er, er war spielsüchtig, also Casino-süchtig, also der hatte eine krasse Erfahrung, er hat durch diese Spielsucht, in normalen Casinos und so weiter, hat er Panikattacken bekommen, dem ging es psychisch so schlecht, er hat Haus und Hof verzockt, er hat sein Auto in Binnen von vier Tagen verzockt, also ich weiß nicht, ein drastischeres Beispiel gibt es fast nicht, in der Streaming-Szene, und er hat sich immer gegen Casino ausgesprochen, also er war wirklich immer so, er würde es niemals machen, eher würde er sterben oder so in Spaß. Ja, ich habe auch einmal sowas gelesen, auf seinem Instagram, hat das wer kommentiert, aber ich weiß nicht, ob die Aussage ist, ich weiß, was du sagst, mit dem Kind? Nein, nee, nee, okay. Nein, nein, sondern quasi so, wenn ich jemals Casino streame, dann hackt mir die Hände ab, oder so, aber ich weiß nicht, ja, das haben viele gesagt, ja, es wurde mir auch oft gesagt, dass er das meinte, oder er würde eher, also das hat irgendjemand reingeschrieben, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, er würde eher seine Kinder, äh, Punkt, 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 komische Sachen machen, ja, als Casino zu streamen, oder so, oder Casino zu streamen, also das, das hat jemand geschrieben, ne, also ich will es jetzt nicht als Fakt darstellen, aber er war, sag mir das einfach mal so, er war enorm drastisch gegen Casino, also er wirklich, ja, also, also, ich hab mir die Reaction zu dem damaligen Kuhn-TV-Video, wo er Monte kritisiert hat, da hab ich mir angeschaut bei Bazzi, und da hat er auch nochmal so ganz klar gesagt, Casino, es geht gar nicht, wie man sich das so verkaufen kann, und das ist, es ist richtig, dass man Kritikvideos dagegen macht, und so weiter, und so fort, und hat da immer seine Meinung mit abgegeben. Ja, das Ding ist halt, ähm, das ist halt bei Twitch-Streamern, ist das halt ne ganz andere Geschichte, so, ich, ich weiß sowieso, ich werd nie nen Casino-Deal annehmen, plus, ich würd sogar so weit gehen, und behaupten, ich glaub, mir wird niemals so ein Casino-Deal überhaupt mal angeboten, äh, warum? Weil ich bin einfach kein fucking Streamer oder so, weißt du, was ich mein? Ich bin, also klar, ja gut, aber, hast du sowas schon mal bekommen? Ja doch, ey, übel häufig. Wirklich? Wirklich, also jeden Monat mindestens zwei, drei Stück, immer wieder, ja, hier Casino, da, Bedwin, äh, da gibt's ja so viele Casino-Anbieter, doch, ich bekomme so häufig diese Casino-Deals, also, aber schreiben dir, ja, wir sind interessiert für eine Kooperation und so einen Spaß, und dann musst du so und so lange streamen, und, ja, aber es wird nie geschrieben, du bekommst jetzt so und so viel Geld. Also, die, das geht immer erst nach der Verhandlung, beginnen die damit, ja, so und so viel Geld würde es dir bringen, und so weiter, also, da wird dann erst verhandelt. und deswegen, deswegen, ich persönlich kann schon gar nicht mit Casino anfangen, weil ich diese Nachrichten gar nicht erst wahrnehme und direkt lösche. Es gibt aber Leute, die gucken sich das an, und dann schreiben die den wieder zurück, in der Hoffnung, es kommt ein gutes Angebot. Das heißt, wenn du gar nicht erst auf diese Nachrichten eingehst, dann kannst du auch nicht verleitet werden, irgendwie einen Casino-Deal anzunehmen. Ja, deswegen sag ich, ich bin da, ich bin raus bei diesem Casino-Ding, also, ich kann nicht mal verführt werden zu diesem Spaß. Ich würde es auch nicht machen, weil ich eh, ich habe meine Karriere gefühlt aufgebaut, dass ich gegen Casino bin. Das ist genauso wie bei Batzi, ich bin voll gegen Casino, ich habe es mitbekommen, wie gefährlich das ist, so im eigenen Leib, und dementsprechend habe ich auch kein Interesse dran, Leuten zu zeigen, wie toll das doch ist. Ja, das ist halt das Ding, er hat dann so ein Statement irgendwie abgegeben, und er sagt dann so, ja, ähm, klar, ich mache Fehler, jetzt mal abgesehen von dem Casino-Ding und so, erstes Mal, also, ob das ein fucking Fehler wäre, das ist keine gewusste Entscheidung, plus, wie du das jetzt gesagt hast, weil das habe ich mir auch gedacht, dass sie nicht einfach hingehen werden und sagen werden, ähm, ja, du Batzi, äh, wir bieten dir jetzt, ich weiß es nicht, 400.000 für den und den Zeitraum an, sondern halt, jo, hättest du Interesse, für ein Casino zu werben, und er überlegt sich dann, ja, eigentlich schon, ja, und dann sagen die ihm was. Es kann sogar noch verrückter sein, weil, als Batzi noch nicht Casino gestreamt hat, hat Orange und Skirros, ja, immer mal wieder so ein paar Sprüche gedrückt, und scheinbar hat auch Orange und Skirros, ich weiß nicht, in irgendeiner Videosequenz war das zu erkennen oder zu hören, dass sie so gesagt haben, ich kann dir einen Deal klar machen. Ich glaube, es war Orange, bin mir jetzt nicht so sicher. Also, ich kann dir einen Deal bei dem und dem Casino klar machen. Also, die, das ist so ehrenlos, oh mein Gott, ich, ich komme nicht darauf klar. Stell dir vor, dein Freund ist spielsüchtig oder alkoholsüchtig. Nenn mal einfach mal so, stell dir vor, du bist alkoholsüchtig, mit dir bin ich mega gut und ich drehe dir beim Treffen Alkohol an und sag, wie geil das ist und bis auf mich selber und sag, wie toll doch die Wirkung ist. Wie kann man einen spielsüchtigen dazu verleiten, wieder anzufangen zu spielen? Also, ich, ich komme nicht darauf klar. Es ist so ehrenlos. Es ist ja nicht nur mir Alkohol andrehen, sondern es ist halt mir als jemandem, dem bewusst ist, wie schlimm das dann mit dem Alkohol ist, zu sagen, yo, wie wäre es, wenn du das an all deine Fans halt weiterleitest? Ja. Aber dafür kriegst du ein bisschen Geld. Orange hat das gesagt in dieser Zwischensequenz, so irgendwie, ja, du kriegst da mindestens 200.000. Ja. Ich weiß nicht, für welchen Zeitraum oder im Monat oder sonst irgendwas. Natürlich sind es halt Unsummen. Ja, aber überleg dir das mal. Der Typ war spielsüchtig und hat erzählt, dass er alles verloren hat und Panikattacken bis heute davon bekommt und dass es das Grausamste ist, was er persönlich erlebt. Also, der hat schon, der ist schon richtig am Arsch eigentlich. Trotz, dass er viel Geld verdient hat, ist er trotzdem am Arsch, weil dem geht es halt psychisch nicht so gut. Und dann sagst du jemandem, dem es schon so schlecht geht, aufgrund dieser Sache, sagst du, ey, ich kann dir einen Deal klar machen oder du kannst so und so viel Geld damit verdienen. Willst du mich verarschen? Ja, Bruder, das ist halt dann einfach, da kannst du halt dann einfach gar nichts mehr sagen, außer, dass dir die Leute wirklich egal sind. Weil, wenn du wirklich sagst, das ist das Schlimmste, was dir in deinem Leben passiert ist, und würdest du das bewerben, Bruder? Bruder, also, das ist halt, da sind dir die Leute scheißegal und da ist mir auch dann wurscht, was du sagst oder ob es sich dann da hinsetzt mit deiner coolen Sonnenbrille und Casino-Slot-Streams und sowas. Ich gönn dir gar nichts. Ich würde das Beste, Real Talk, sorry, das Beste, was passieren könnte, ist, dass er einfach gar keine Zuschauer mehr hat und dass es komplett in die Hose geht und dass dann seine Karriere für immer vorbei ist, weil er gefährdet halt einfach Leute. Das Problem ist, es schauen auch immer mehr Leute zu, jetzt wo er Casino streamt. Ah, schwierig zu sagen, es schauen immer mehr Leute zu. Das ist auch bei Skirros so, dass dann gesagt wird, der hat ja überviele Zuschauer, dann Orange, aber du musst mal gucken, wer die Zuschauer sind. Also, ich hab da schon ein paar Mal reingeschaut, auf einmal nur noch Zahlen, ja, hier XY 1, 2, 3, 4, 5, schau zu. Das sind ganz, ganz viele Bots unterwegs, richtig, richtig viele Bots. Deswegen, ob das alles so richtig ist mit den Zahlen, Alter, bin ich mir so ein bisschen unsicher tatsächlich. Okay. Also, ich kann es jetzt nicht natürlich zu 100% bestätigen, vielleicht nennt sich wirklich jemand oder tausend Leute nennt sich wirklich so, ich möchte ja hier nichts als Fakt darstellen, aber es wirkt komisch als Betrachter, wenn man sich das mal so anschaut. Boah, das wird gleich wieder aus dem Kontext gerissen, ne? Ja, auf jeden Fall wird es aus dem Kontext gerissen. Screws, hat er eh irgendwie gesagt zu dir wieder, dass du die Behörden eingeschaltet hast? Hör mir auf, hör mir auf. Ja? Also, das ist wirklich... Hast du gemacht, ne? Es ist unfassbar, also, für die Leute, die es nicht wissen, manche waren vielleicht in meinem Stream mit dabei, aber ich streame so Sonntagabend, streame ich ganz entspannt, weißt du, will einfach meine Ruhe haben, das war am 26.2., will ich einfach meine Ruhe haben und auf einmal schreibt mir jemand im Chat, ey, Skiros lästert im Excel-Stream über dich. Ja, Excel ist auch ein Streamer, kenne viele Leute und dann gehe ich so in diesen Stream rein, gucke mir das so an, was Skiros so über mich erzählt und dann sagt er so, ja, hier, der Alpha Kevin, ja, der wollte uns bloß schaden und der hat die Behörden eingeschaltet und da sagt er so fünfmal hintereinander gefühlt, da denke ich mir so, wo habe ich denn die Behörden eingeschaltet, was willst du denn von mir? Weißt du, er erzählt irgendeine Scheiße, weil er sagt ständig, ja, Lügen über mich verbreiten, Rufmord und so und hm, ich habe die besten Anwälte, so, jetzt gehe ich voll dagegen vor und so ein Spaß, aber selber lügt er einfach über andere, so wird das kann mir keiner erzählt, ich finde wirklich, Skiros ist für mich persönlich ein Meme, es ist für mich ein Meme. Er hat aber auch extremes Meme-Potenzial, ich weiß nicht, was es ist an ihm, aber also, also das ist jetzt, hört sich jetzt beleidigend an, aber das ist jetzt wirklich nicht beleidigend gemeint, es gibt Leute, die, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich es beleidige, Skiros, Skiros ist, nein, ich lasse es aus, ich lasse es aus, ich lasse es aus, ja, aber wir wissen ungefähr, guck mal, wir haben, du kennst doch diese, diese Trickzeichnung bestimmt, das habe ich auch manchmal eingeblendet, du hast auch auf mein Video, glaube ich, reagiert, oder? Da habe ich doch diese Comic-Zeichnung, wo ich so Skiros eingeblendet habe, oder auch Orange eingeblendet habe, egal wie du es zeichnest, es ist einfach, es sieht einfach lustig aus, du kannst es immer nehmen, ähm, ja, ach, ich meine, du kannst über jeden, kannst du einen Meme erstellen und so, aber Skiros, aufgrund seiner Vergangenheit, kann man ihn halt besonders gut mimen, es ist halt einfach so. Ja, also, wie gesagt, ich habe nichts gegen Skiros oder so, es ist mir halt komplett egal, mir geht es halt nur darum, wie du dich halt online präsentierst, und halt gerade bei so Casino-Thematik, das Einzige, das Einzige, was man hin und wieder mal liest, ist so von wegen, so, ja, die Moral-Apostel, ähm, Meinungsblogger und sonst was, Digga, dann ist irgendwer aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis, schaut den Scheiß, wird abhängig von diesem Glücksspiel und weiß nicht, was dann passieren kann, so, das geht ja, es geht, und Skiros hat dann solche Sachen raus, wie, ähm, ja, Tanzverbot, der hat auf das Tanzverbot-Video reagiert, habe ich mal angeschaut, weil ich habe, ich habe, es war so entertainend, gönnt euch dieses Video, gönnt Skiros einmal die Klicks, weil das ist wirklich ein Erlebnis, was man erlebt haben muss, und er sagt dann so, ja, Tanzverbot regt sich auf, dass wir, er sagt die ganze Zeit, wir sind käuflich, wir sind käuflich, aber er hat ja auch Placements, das letzte Placement von Tanzverbot war, Rechtsanwälte Hahn hieß das, glaube ich, und die gehen gegen Casinos vor, das ist ja sogar ein gutes Placement, das ist ein Placement, was Casino-Leuten hilft, wenn sie ihr Geld bekommen, wieder zurückbekommen wollen und zurückklagen wollen, weil sie irgendwie vielleicht in eine Sucht gekommen sind, ja, aber es ist halt, es ist halt for real, er, er, er hört, ah, ihr seid käuflich, und setzt das gleich, er setzt einen Casino-Stream gleich, wie wenn du jetzt für, keine Ahnung, ich will jetzt keine Firma nennen, aber halt für Samsung, fürs neue Samsung-Handy, Werbung machst du, ja, ihr seid ja auch, ihr macht es auch für Samsung-Werbung, ja, das ist wirklich, ja, du kannst das nicht argumentieren, was da oft erzählt wird, also das ist oftmals einfach, ich erzähle jetzt irgendeinen Quatsch, in der Hoffnung, dass Leute darauf reagieren, in der Hoffnung, dass ich mehr Aufmerksamkeit bekomme, es ist wirklich, deswegen habe ich den auch, das letzte halbe Jahr, seit Oktober ungefähr, habe ich gar nichts mehr von ihm gesehen, hatte ich auch gar kein Interesse zu, also ich habe weder einen Stream von ihm angeschaut, noch habe ich ein Video von ihm angeschaut, oder sonst irgendwas, ich, also, er war mir auch nicht mehr wirklich existent, genau so wie in Orange, in Orange ist für mich komplett in der Vergessenheit geraten, ja, ich sehe das Beste in Wahrheit, ist auch das Beste, ja, und jetzt halt durch die Bazzi-Thematik, hört man halt wieder, weiß ich, da werden auch wieder Tweets erstellt zu mir, da werden wieder Tweets erstellt zu Tanzverbot, dann kriegst du das immer wieder von Zuschauern mit und so, was das Görus über einen ablässt, oder halt, er lässt das im Stream, bei Excel über mich, das ist halt, ich lasse den machen, soll er sein Zeug machen, aber er tut sich halt, ja gut, image-technisch kann er sich eh keinen Gefallen mehr tun, das Ding ist eh durch. Ich glaube, er hat mir einmal, einmal hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, Skouros, und ich habe es mir bis heute nicht angehört. Ja, ich habe mit ihm damals lange geredet. Zumal, Ja, damals waren wir gar nicht so schlecht miteinander, Skouros und ich, wir hatten eigentlich eine Vergangenheit, die war gar nicht so schlecht. Das war aber noch so, das waren die Anfänge von den Casino-Zeiten, da habe ich ein normales Video zu ihm gemacht, das war sehr, ja, sehr konstruktiv, sage ich mal, das fand er auch gut. Ja. So, das war aber noch vor der Zeit, als er dann auf Twitter so komische Sachen gepostet hat, mit diesen, also da haben die ja, Danny ist ein Streamer gewesen, der hat halt, der hat halt ein Mädchen zweimal, oder seine damalige Freundin zweimal vergewaltigt, und die haben halt, also Skouros, Orange, haben halt diesen Anlass dazu genommen, um sich selbst irgendwie zu pushen. Also, die haben dann gesagt, ja, äh, hier macht ihr nicht den Mund auf bei der Vergewaltigung, auch bei Casino, da haut die alle voll drauf, das geht gar nicht, so. Ja. Obwohl das Quatsch ist, weil dieses Vergewaltigungsding wurde so groß, ähm, und, und Danny wurde gecancelt, er ist ja komplett weg, so, er ist weg, und bei Skouros ist es halt nicht so, keine Ahnung, und die haben das halt die ganze Zeit dafür sich ausgenutzt. Und das war so der Anlass, wo ich gesagt hab, äh, nee, da kannst du auch nicht mehr dieses ganz harmlose, äh, streicheln, als, als Kritik bringen, sondern musst du schon mal ein bisschen härter vorgehen, dass die es auch mal raffen, was, was die da falsch machen. Ja. Ja, es ist halt einfach so. Es ist halt einfach, vor allem, nochmal, um zu dem einen Punkt zurückzukommen, äh, den wir vorhin angesprochen haben, das wollte ich noch sagen, bei der Sache mit Orange Morange, wo er, ähm, Batzi gesagt hat, äh, ja, du kannst da 200k verdienen, oder sonst was, oder halt einfach, ich kann dir da einen Deal klar machen. Das ist halt so interessant, so dieser Gedankengang, dass Orange einfach nur ihn, so als Einzelperson sieht, und halt so null an die, quasi Konsequenzen denkt. Weil Orange hat nichts davon, wenn Batzi Casino streamt. Hat gar nichts davon. Hat eventuell sogar weniger Zuschauer, weil es gibt ja dann neun Casino-Streamer, da kannst du dem auch zuschauen, ne? Ähm, und er will halt einfach nur einer Person einen Gefallen tun, aber halt indirekt gefährdet er damit tausende andere Leute, aber das ist ihm halt sowas von scheißegal. Und das ist halt, da siehst du halt auch einfach, dass diese Menschen nicht drüber nachdenken, was das halt wirklich für Konsequenzen sind. Ja, ich frag mich, wie man sich nicht schämen kann, wenn man, wenn man sowas macht. Also, ist mir wirklich ein Rätsel, weil du hast einen Batzi, der ist jetzt wieder rückfällig geworden und ist in die Spielsucht gekommen, hat er ja gesagt jetzt vor kurzem wieder, dass er ja sehr wieder spielsüchtig geworden ist. Ja, aber warum ist er spielsüchtig? Liegt's vielleicht am Umfeld? Liegt's vielleicht daran, dass der Rest der Freunde Casino-Stream und denen das schönreden? Es klingt so. Es klingt so. Und das heißt, du ziehst damit nicht nur diese Zuschauer von Batzi gegebenenfalls mit in diese Casino-Sucht rein, sondern in Batzi wird's so rückfällig, der kann jetzt zwar seine 200.000 verdienen, was weiß ich, wie hoch auch immer dann der Deal sein wird. Aber er wird die privat auch wieder verzocken. Also da bin ich mir ziemlich sicher, wenn er sich keine Hilfe sucht, er wird das Geld wieder verzocken. Guck mal, er hat ja mit Casino, äh, mit Casino, mit Twitch, hat er angeblich in einem Monat, hat mal Tanzabot gesagt, ich glaube, es hat auch mal Batzi erwähnt, mal 80.000 Euro gemacht. Er hat auch über Jahre hinweg fünfstellig verdient. Sehr, sehr gut fünfstellig, bis jetzt. Und das Geld ist angeblich weg. Ja, wie soll es denn dann sein, wenn ein Casino-Deal ist? Denkst du, das Geld, das wird dann bleiben? Also das glaubst du ja wohl nicht. Also Real Talk, mal ganz kurz, ja, wenn ich 80k im Monat verdienen würde, dann würde ich irgendwo ins Ausland ziehen, irgendwo in der fucking Steueroase. Jetzt mal Real Talk, angenommen, du verdienst 80k und du ziehst ins Ausland, wo es keine Einkommenssteuer gibt und du verdienst einfach nur, verdienst quasi dafür, dass du halt im Ausland lebst 40.000 Euro pro Monat extra. Ja, das ist schon krass, also hier hast du halt wirklich viele Steuerabgaben, weil in Österreich ist es glaube ich sogar noch ein Stück schlimmer als Deutschland. Hab ich mal gehört? Das höchste Steuersatz ist glaube ich 55% bei uns. Ja, okay, das ist wirklich mehr als in Deutschland. Deutschland ist ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem sauviel. Ich bin noch nicht ganz bei den 55, aber ich gebe mir Mühe. Ja, ja, ja. Ich meine, es ist ja gut, wenn man so hoch angesetzt ist, weil dann verdient man ja dementsprechend auch besser, aber... Ja, das ist ab einer Million musst du, ist der höchste... Ich glaube, es ist sogar 100.000, na, plötzlich nicht 100.000. Ah, ich weiß es nicht, ich will jetzt kein Bullshit. Aber es geht relativ schnell hoch, würde ich schon sagen. Ja, ich denke mal einfach nur gerade so als Batzi oder als jemand, der weiß, dass halt, wenn er im, ähm, wenn er sehr viel Geld besitzt, besteht die Gefahr, dass er sehr viel Geld gleich auch wieder verliert. Ja. Dann Realtalk, dann würde ich ins Ausland gehen, würde, ähm, mir ein Bankkonto holen, wo ich alles, was ich drauf einzahle, kann ich mir quasi nicht mehr rausholen, bis in fünf Jahren oder sonst was. Und dann, weil er wird nie wieder in seinem Leben so viel Geld verdienen wie jetzt. Deswegen kannst du dich jetzt nicht drauf einstellen, ah, okay, jetzt verdiene ich so viel Geld, jetzt kriege ich teuer essen und sonst was. Ich verstehe diesen... Ja, hast du schon mal Casino gespielt? Online-Casino? Ja, ja, schon. Ja, ja, sicher. Also hat es dich auch so ein bisschen gepackt, wo du gesagt hast, jetzt talk ich öfter? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich war, ich habe früher Sportwetten und sowas halt gemacht, ne? Aber das war relativ schnell, weißt du, du denkst immer, ja, ich weiß eh, wer gewinnt und oder halt, das ist halt oder nicht der Fall und dann habe ich voll viel Blackjack gespielt. Okay. Da gab es bei Tipico gab es einmal so eine, keine Werbung, Tipico ist scheiße. Darf ich das überhaupt sagen, dass Tipico scheiße ist? Keine Ahnung, Tipico ist scheiße. Ja, das ist Tipico scheiße. Ah, okay, passt. Nee, kannst du uns sagen, ich bin auch Tipico scheiße. Das ist ja unsere Meinung, dass es nicht scheiße ist. Genau, meine Meinung ist Tipico ist scheiße, ne? Und die hatten da so ein extra Fenster, wo du quasi gegen den Computer Blackjack spielst. Das bedeutet, du konntest halt viel schneller dein Geld verzocken, weil normalerweise ist es so, du bist auf so einem, siehst so ein Video, ne? Oder halt ein Video, eine Live-Übertragung, wo halt der Dealer dir die Karten gibt und sowas. Aber das sind halt gleich mal 5, 6 Leute und das dauert ewig lang und so. Aber da kannst du in 10 Minuten sehr, 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 sehr viele Runden spielen. Und da habe ich mal irgendwie aus 10 Euro über 300 Euro gemacht und dann habe ich alles wieder verzockt. Ja. Und dann habe ich halt, du denkst dir dann immer wieder, naja, wenn ich einmal aus 10 Euro 300 Euro mache, du, das ist ein 30-fache. Deswegen theoretisch könnte ich es 30 Mal probieren und wenn es bei einem von den 30 Malen funktioniert, dann bin ich auf 0. Aber so ist es halt nicht, ne? 100 Prozent. Weil du spielst mit extremem Risiko, weil sonst kommst du halt nicht auf diese Summe. Und das dauert lang, von diesem Gedanken wegzukommen. Aber wenn, es ist halt einfach so, wenn Casino funktionieren würde, dann wären alle Leute reich. Ja, safe. Und das, ich hatte das ja auch, die Erfahrung hatte ich ja auch, aber vor allem mit Online-Casino einfach, also einfach Slots spielen. Ne? Also nicht mal Blackjack, sondern einfach Slots spielen, drehen und so einen Spaß. Das ist die Fünste überhaupt. Und das Ding ist, du verzockst so schnell schon, wenn du auf 10 Cent drehst, verzockst du so schnell 20 Euro. Ne? Das geht schnell, keine Ahnung, 20 Minuten, dann sind die 20 Euro weg. Wenn du auf 20 Cent drehst, geht es umso schneller. Und das Ding ist, ihr müsst euch überlegen, 20 Cent eine Umdrehung, das ist für einen Batzi, wenn der streamt, hat er gesagt, 2 Euro ist viel zu wenig, 5 Euro ist viel zu wenig. Ja, der musste 10 Euro, 20 Euro, die Umdrehung spinnen. Ja. Und, und das ist ja, das wird ja zur Gewohnheit. Weil, wenn du dann einen hohen Hit hast, dann hast du auch einen riesen Gewinn. Wenn das jetzt nur auf 20 Cent ist, dann hast du ja einen niedrigeren Gewinn. So, dann kitzelt das nicht so sehr. Und das wird er sich merken, ich kenne das ja selber, so war es ja bei mir auch, ich wollte auch immer höher drehen und höher drehen. Das wird er sich merken, durch diesen Casino-Deal, dann sagt er sich so, ah ja, hier, 20 Euro die Umdrehung. Und wenn der Casino-Deal weg ist, da denkst du, der wird dann auf 10 Cent spielen, oder auf 50 Cent oder so. Der wird weiterhin auf 5 Euro, auf 10 Euro, oder auf 20 Euro die Umdrehung spielen. Und da sind so schnell 10.000 Euro weg. Also, das ist an einem Tag, das sind bei 20 Euro die Umdrehung. Keine Ahnung, an einem Tag sind da 10.000 Euro weg. Das ist gar kein Problem. Du musst dir ja doch wirklich mal den Stream anschauen oder in den VODs nachschauen. Ja. Und er, das ist halt dann so gut wie jedem so, er startet dann, keine Ahnung, mit 20k, Kontostand, bla bla bla, und dann zockt er und zockt er und zockt er und irgendwann ist er bei 12.000. Und dann lädt er vielleicht wieder Geld rauf, oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber du musst dir halt einfach nur nachschauen. Okay, wenn der stundenlang am Streamen ist, macht er Plus oder macht er Minus? Und das ist ja eigentlich immer Minus. Klar gibt es halt dann auch manche Casinos, die, weißt du, da hast du vielleicht einmal ein bisschen bessere Gewinnchancen als Streamer oder sonst was, aber den Leuten ist das ja auch egal. Das ist ja nicht ihr eigenes Geld. Er verzockt dir nicht sein eigenes Geld, weil sonst wird das keinen Sinn machen. Dann geben die ihm eine Million Euro zum Spielen und er verspielt die eine Million Euro. Geht mit Null raus. Ich finde das ja auch mutig, dass er aus Deutschland noch Casino gestreamt hat. Also auch Vigo Slots. Das gleiche, wofür Ron Bilecki von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde. Das ist ja nicht, also, also, er wurde nicht für Vigo Slots oder ist das nicht für Steak gewesen? Ich dachte für Vigo Slots. Na, weil, weil Steak hatte... Sicher? Weil, weil Vigo Slots hat eigentlich, er hat glaube ich, die letzten Monate auf Vigo Slots gestreamt. Und die letzten Streams wurden ja alle mit aufgezeichnet und das als Material genommen und so einen Spaß. Ich dachte, es war Vigo Slots. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, also Steak sollte ein Problem sein, weil die halt nicht im, weil die halt kein Abkommen haben mit Deutschland. Vigo Slots weiß ich nicht, weil die haben irgendwie, werden geleitet von einer anderen Firma und die andere Firma ist in Zypern und Zypern ist im europäischen Wirtschaftsraum und dahingehend könnte man dann argumentieren, ja, ich weiß es nicht. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Also da kann ich jetzt auch nicht zu 100% sagen, was der Farce ist, weil, dass ein Ron Bilecki immer noch seine Casino-Streams da macht für Vigo Slots, bewundert mich dann nämlich auch, so, wenn es nämlich illegal ist. Muss man einfach schauen, wie es da so weitergeht, ob das, ja, ob er dafür belangt wird und seine 480.000 zahlen muss oder nicht. Wenn es illegal ist. Ja, wenn es illegal ist, das weiß man jetzt natürlich. noch nicht. Wir sind jetzt auch keine Anwälte, so, die davon Bescheid wissen. Ja. In dem Spaß. Ja, aber, aber Batsi, ja, aber Batsi ist auf jeden Fall, ja, also er hat, also Seele verkauft, kann man schon gar nicht mehr sagen, er ist wirklich alles verkauft. Ja, also Meinung, Glaubwürdigkeit, Ehre, da ist ja wirklich alles weg, so, was er sich aufgebaut hat. Ja, ihr müsst ihr überlegen, seine Karriere bestand daraus, es ist ein großer Teil davon, bestand daraus, dass er gegen Casinos ist. Dass er sich gegen Skiros, Orange, wie war es denn noch, G-Tasty oder so, dass er sich gegen die gestellt hat, das sind ja seine Freunde, und gesagt hat, nö, ich bleib standhaft, ich mach mein Zeug. Dafür wurde er gefeiert, von jedem. Ja, vor allem, ich weiß auch gar nicht, was jetzt in letzter Zeit los war, wenn man sich halt so seine Statistik anschaut, dann ist er, er hatte ja sehr, sehr lange, ich glaub zwei Jahre oder sowas, hatte er so gut wie gar keine, äh, Follower, das ist keine Zigarette, die ich hier hab, ja, rauchen ist schlecht, das ist eben so Papiere, und hatte ja ganz, ganz wenig Follower, und dann hat er diesen Mega-Hype, wo er 200.000, äh, Follower gemacht hat, dann irgendwann so abgeflacht, und ist er so, bei 300.000 oder sowas, ist er dann stehen geblieben, und, dann hat er langsam Follower verloren, aber dann ging's nochmal bergauf, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, was da war, oder so, weil er hat diesen Casino-Deal ganz sicher angenommen, weil, oder aus, ich denke, er hat ihn deswegen angenommen, weil er der Meinung war, dass sein Hype vorbei ist, er hat viel Kohle gemacht, aber jetzt, bevor er noch mehr Follower quasi verliert, casht einfach ab, und dann war's das, dann braucht er nicht mehr arbeiten, aber in Wahrheit ist es halt so, Bruder, das ist eineinhalb Jahre her, so eine Hype-Phase, wenn überhaupt, das ist, plus durchschnittlich 2000 Zuschauer, du kannst dir, easy, easy kannst du dir daraus wieder was aufbauen, und wenn du das langfristig machst, und Bock dabei hast, und so, und wirklich gute Kollegen hast, Bruder, selbst wenn du nur Zehntausende im Monat verdienst, die Leute lieben dich, es macht Spaß, es ist der Traumjob von so gut wie jedem Menschen, wer will nicht heller viel Cash machen während dem Streamen, ne? Also, ich kann's auch absolut nicht nachvollziehen, also er hat ja eigentlich schon einen Traum gelebt, aber seine Begründung war ja auch, er hat irgendwie Steuerschulden scheinbar, er hat, das Finanzamt ist hinter ihm her, und ganz viel, ganz viel Geld schuldet er vielleicht noch Leuten, ich weiß jetzt nicht, wie's da ausschaut, aber zumindest hat er da kaum noch Geld, und er hat nur noch die Hälfte an Geld auf dem Konto, was er für Steuern noch ausgeben muss, und so ein Spaß, und deswegen muss, war er gefühlt schon gezwungen, diesen Casino-Deal anzunehmen, es ist so viel, was, ach ja, was ich einfach nicht glaube, also ich glaub ihm das jetzt nicht wirklich, ich denke auch, wie du's schon sagst, das ist wie bei Orange Mowrens, der hat's genauso argumentiert, die Zuschauerzahlen sind nach unten gegangen, er hat Angst, und obwohl er immer noch viel zu viel verdient hat, nimmt er dann diesen Casino-Deal an, weil er nach unbedingt abcashen muss. Weil das ist halt das Ding, das hab ich ja auch im, ich hab auf dein Video, glaub ich, reagiert, oder ich weiß gar nicht, ich weiß, na, ich hab gar nicht auf das Video reagiert, ist ja egal, auf jeden Fall, oh ja, ich hab auf dein Video reagiert, und da hab ich gesagt, ja, genau, genau, und da hab ich nämlich auch gesagt, yo, es ist halt nicht so, dass du vom Finanzamt dann irgendwie einen Brief bekommst, und die wollen dann mega viel Geld von dir, und du kannst halt nicht damit rechnen, oder sowas, du weißt exakt, du kannst dir exakt ausrechnen, wie viel du an Steuern zahlen musst, und da gibt's ja auch noch Sachen, die du von der Steuer absetzen kannst, oder sowas, das heißt, es ist nicht so, dass, wenn du viel verdienst, dass sie auf einmal extrem viel Geld von dir wollen, natürlich, je mehr du verdienst, desto mehr Geld wollen sie von dir, aber je mehr Geld du verdienst, desto mehr Geld kannst du dir für genau sowas auf die Seite legen, es ist wirklich eine Kunst, 10.000, 20.000 Euro im Monat zu verdienen, und dann keine Steuern zahlen zu können. Ja, aber manche können nicht mit Geld aufgeben, das zeigt es immer wieder, die können nicht mit Geld umgehen, also ich bin in ärmeren Verhältnissen, sag ich mal, aufgewachsen, jetzt nicht in Übelabend, aber wir hatten, ja, es ist wirklich so, Osten hat wirklich ein bisschen weniger verdient, ist einfach so. Okay, okay. Also, ich sag mal so, wir konnten uns zwar trotzdem ab und an mal einen Urlaub leisten, aber es liegt halt auch daran, wir mussten keine Miete zahlen, weil meine Großeltern schon ein Haus hatten und so, da haben wir dort gewohnt, aber wir hatten jetzt nicht so viel Geld, ich glaube dadurch hast du schon den Umgang mit dem Geld, dass du sagst, ja, du musst sparsam sein, du musst darauf achten und so und für mich ist es selbstverständlich, dass wenn ich beispielsweise jetzt im Jahr 40.000 Euro verdienen würde, dass ich mindestens 20.000 bis 25.000 Euro mir beiseite lege, so einfach für den Fall der Fälle, ne, ich muss nicht mal die 20.000 Euro bezahlen, du hast ja keine 50%, wenn du jetzt 40.000 verdienen würdest, dass du keine 50% Steuern zahlen, aber einfach zur Absicherung, dass du dir selber sagst, hier, das steht mir nicht zu und wenn da ein gewisser Betrag weggeht und da bleibt noch was über, ist ja eine schöne Sache, aber so, du weißt ganz genau, das Geld steht mir nicht alles zu, wie kann man, wenn man 28 Jahre alt ist, wenn man Familienvater ist und finanziell definitiv darauf achten muss, wie du was ausgibst, wie kann man nicht daran denken, ey, da ist ja noch das Finanzamt, das Geld gehört mir gar nicht, ich verstehe es nicht. Eben, mir wird das auch nie im Leben passieren, dass wenn ich so im Lotto gewinne, dass ich dann nach ein paar Jahren nichts mehr habe, weil ich würde, wenn ich jetzt eine Million Euro auf dem Konto hätte, einfach eine Million, ich müsste, und ich hätte jetzt keinen Job oder sonst irgendwas, ich müsste gezwungenermaßen von dem Geld erstmal leben, dann würde ich mir nicht denken, ah, ich habe eine Million, ich kaufe mir jetzt ein fettes Auto oder sowas, dann würde ich mir denken, yo, wie lang kann ich mir selber quasi, ich weiß nicht, ein normales Gehalt halt aufs Konto überweisen, wie lang könnte ich dann damit auskommen, weißt du, was ich meine? Würdest du das machen? Also ich würde es anders machen, tatsächlich. Ich würde es nicht so machen, aber ich würde mir schon überlegen, so yo, wenn ich jetzt quasi ein normales Durchschnittsleben hätte, mit einem normalen Durchschnittsgehalt, wie lang könnte ich dann mit dem Geld auskommen? Und ich würde mir nichts Teures kaufen. Also mein Ziel wäre es, passives Einkommen dadurch zu bekommen, also dass ich einfach die eine Million nehme und sage, ey, ich hole mir zwei Immobilien beispielsweise und die Immobilien, die vermiete ich und damit mache ich halt passives Einkommen bis zu meinem Lebensende und muss nicht arbeiten. Ja, sowieso, also eine Million. Das ist eigentlich optimal, ne? Eine Million Euro auf dem Konto zu haben, da würde ich nicht mehr ruhig schlafen können, also das würde ich auch investieren, aber ich meine halt einfach. Ja, richtig. Ja, nee, es ist aber, den Gedanken fühle ich schon bei dir, dass du einfach sagst, ja, so und so lang kannst du halt das Geld nehmen monatlich und hast eigentlich keine Sorgen. Ja. Aber wenn du dir jetzt einfach blind irgendwie ein Auto kaufst für 100.000 Euro oder so und sparsst und dann noch irgendeine Zweitwohnung holst, die du eh nicht weiter nutzt, so, dann denke ich mir auch so, also, geht doch mit dem Geld ordentlich um, du brauchst es am Ende des Tages nicht. Ja, eben, und das denke ich mir halt auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mehr verdiene einen Monat lang als im letzten Monat, dann habe ich halt zwar mehr Geld auf der Seite, nur halt irgendwann würde ich mir auch ein Haus kaufen, ne, deswegen, ich sehe das Geld auch gar nicht so, ich weiß nicht, ich will es halt einfach nicht ausgeben, plus, ich sehe das Geld wirklich so, yo, es wird zwar mehr, aber irgendwann werde ich sowieso in ein Haus stecken, irgendwann muss ich auch Steuern zahlen und sonst was, also, warum denken wir gleich? Weil wir sind in so vielen Sachen, sind wir wirklich einfach gleich, was das angeht, aber was genau das ist, wollen wir ja auch so. Für mich ist das auch immer so, ich denke mir, wenn ich jetzt mal einen Monat, zum Beispiel im Dezember, ne, das ist ja kein Geheimnis, da verdienst du halt gefühlt das Dreifache von dem, was du sonst verdienst, äh, im Dezember verdienst du halt gutes Geld, sag ich mal, und es ist nicht das Dreifache, gefühlt, nicht das Dreifache, aber es ist doppelt oder so ein Spaß, der CPM ist bei mir wirklich jetzt die Hälfte wieder runtergegangen, äh, aber, weg, ja, auf jeden Fall, aber dann denke ich mir so, naja, die nächsten Monate werden vielleicht ein bisschen schwieriger und das gleicht sich ja dann aus, wenn du jetzt ein bisschen mehr Geld verdient hast, dass man dann trotzdem da über die Runden kommt, entspannt. Ich sag's dir, wie siehst du, ich habe einen Freund, ne, und der, der arbeitet, der arbeitet, ich glaube 30 Stunden, ne, neben dem Studium, oder so, oder 25 Stunden, ich weiß nicht, und er verdient, keine Ahnung, 1100 Euro oder so, hat er dann immer auf Konto und der hat sich jetzt, der hat sich jetzt gekauft, vor, keine Ahnung, drei Monaten, einen MCM-Rucksack um 800 Euro, einen Rucksack. Ja, diese, diese orangefarbenen Rucksäcke da, der MCM, da habe ich mal ein Video-Züchern gemacht. Der ist weiß, der ist weiß, das ist krass, und ich habe ihm gesagt, dass er, der komplette Trottel ist, und er so, ja, ich wollte den Rucksack haben, Bro, und habe ich halt jetzt weniger Geld, aber dafür habe ich den MCM-Rucksack. Ja, ich meine, wie er will, aber das, also es wird mir nie in den Sinn kommen. Wirklich, ich finde, dieses, so viel Geld für den Rucksack, einfach, weißt du, ein Rucksack, das ist bloß, um was zu transportieren. Ich würde mir den MCM-Rucksack dann holen, wenn ich, ehrlich gesagt, wenn ich eine Million Euro im Monat verdienen würde, dann würde ich mir, dann würde ich mir den MCM-Rucksack holen. Davor würde es einfach null Sinn machen. Es macht doch dann keinen Sinn. ich finde ihn noch nicht mal hübsch, ich glaube, ich würde es mir da noch nicht mal anziehen. dann würde ich ihn auch nicht holen. Dann würde ich mir eher einen anderen Rucksack holen. Ja, ja, aber das ist wirklich, nee, was das ganze Geldthema angeht, ich glaube, die Casino-Leute, die, naja, also die würden kein Casino dir annehmen, wenn die nicht mit Geld umgehen würden, würde ich jetzt mal meinen. Ich glaube, die haben alle so ein bisschen Probleme. Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, weil warum nimmst du den Casino-Deal an, wenn es dir eigentlich schon viel zu gut geht und du monatlich 10.000 Euro machst. Ja, vor allem ist es halt wie, es ist safe auch gefährlich. Ich würde auch gar nicht wissen, was das mit mir machen würde. Also klar denke ich mir jetzt halt, ja, ich würde das Geld immer auf die Seite legen und so, aber stelle ich mal, versetze ich mal in Batsis Lage, vor eineinhalb Jahren verdient er gar nichts mit Twitch, sondern arbeitet wahrscheinlich nebenbei irgendwas. Gehe ich jetzt mal davon aus, keine Ahnung. Und dann verdient er ein halbes Jahr später, weiß ich nicht, 20.000 Euro im Monat. Dann geht seine Karriere langsam den Bach runter und jetzt verdient er, ich weiß nicht wie viel, nochmal viel, 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 viel mehr Geld im Monat. Ja. Und dann, nach dem Casino-Deal, was ist dann? Dann ist er wieder ganz unten. Der hat ja auch, ja, der hat ja auch eine Community, die hat ihn ja immer so krass supportet. Also der hat ja jetzt nicht eine Community, die so, ja, die supporten nicht. Der hat im Sabaton im Januar 11.000 Subs bekommen. 11.000, mit 2.000 Zuschauern oder so. Da merkst du doch, wie krass die Community ist, wie dankbar man sein kann für die Community. Und dann sagt er sich so, den Monat später, nachdem er schon das Geld abgegrast hat von seinen Zuschauern, weißt du was, jetzt noch als kleines Highlight übrigens, Casino-Deal, jetzt scheiße ich auf euch. und ja, das war's. Ja. Unfassbar. das kann man machen. Unfassbar. für mich, ich komm noch auf mich klar. Wenn ich dir jetzt 50 Millionen Euro gebe, würdest du ein Casino-Deal annehmen? Nee. Naja, guck mal, wie gesagt, ich würde nicht mal, ich würde, ja, 50 Millionen, er weiß, das ist ja auch völlig unrealistisch, aber jetzt mal, jetzt mal so, wenn mir jemand schreibt, hier Casino-Deal, ich antworte halt nicht drauf. Ja, mir kann das, weißt du, das Ding ist, ich argumentiere so, klar, du kannst dann in die Verführung, oder du kannst in die Verlockung kommen, mit diesen 50 Millionen, wenn dir jetzt jemand schreibt, du bekommst da safe 50 Millionen in einem Monat oder so. Ich meine, jeder würde darüber nachdenken, 50 Millionen, danach kannst du dein Leben eh in die Tonne hauen, niemand juckt dich und was weiß ich, oder du kannst auf alles scheißen. So natürlich denkt man dann darüber nach, ne, 50 Millionen ist unrealistisch, da kannst du gefühlt eine eigene Kanzlei aufmachen und jedem das Geld wieder zurücküberweisen oder eine eigene Casino-Seite aufmachen und dann sagen, hier, spielt auf dem Casino, ihr bekommt immer das Geld auch wieder zurück. So weißt du, da kannst du gefühlt mit 50 Millionen kannst du auch gefühlt alles machen. Aber, wir reden jetzt hier mal von realistischen Summen, ja, würde ich jetzt mit meiner Größe 500.000 bekommen im Jahr. Wirklich? Würde ich nicht machen. Wie viel? Achso, 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 ich dachte, das ist nicht mal realistisch, das ist eigentlich schon zu hoch angesetzt. Ich würde es nicht machen. Wie viele Zuschauer hast du immer so im Stream? Mit der Zeit so 500 würde ich im Durchschnitt sagen. Okay. 450, 500, gestern hatte ich zum Beispiel mal 800 oder 700 Zuschauer, das ist schon, ja, also mit der Größe verdienst du auch, würdest du mit Casino-Deals im Monat hohe fünfstellige Beträge bestimmt machen? Ja, sicher, weil ich meine, Batzi hatte jetzt viermal so viele Zuschauer, der hat durchschnittlich so 2000 Zuschauer. Ja, kannst du dir vorstellen, dass das einiges an Geld bringen würde. Ja, aber Unge hat, Unge hat zum Beispiel auch mal einen Casino-Deal abgelehnt für irgendwie fünf Millionen oder so. Fünf Millionen, ja. Bei Unge ist sowieso so, irgendwann ist halt einfach, der braucht Klinge. Der Scheiß drauf, ja. Der würde auch 50 Millionen ablehnen, weil es dann einfach, wozu? Den Nukas auch nicht, der hat, glaube ich, der hat, glaube ich, einfach ausgesorgt, der hat sein Leben, der braucht auch nicht mehr viel, weil der hat ja schon so viel. Ja, ja. Also für ihn, und der kann auch gut mit Geld umgehen. Das merkst du, das merkst du ja offensichtlich bei ihm. Und der ist halt so, was seinen Lebensstil angeht, einfach super bodenständig. Also alles, was du so mitbekommst bei Unge, ist mega bodenständig. Übrigens, ich treffe vielleicht Unge sogar nächste Woche. Das kann sein. Ja, nein, ist witzig, aber es ist halt, for real, irgendwann bist du halt einfach an dem Punkt angekommen, wo du nicht mehr Geld brauchst, als du hast. Und das ist halt dann immer die Frage, wo das halt bei den Leuten erreicht ist. Ich glaube, bei mir wäre es halt recht schnell erreicht, einfach nur, weil ich mir halt denke, yo, irgendwann zahlt es sich nicht mehr aus, dass du dir heftigere Sachen kaufst, weil ich würde kein Auto fahren wollen, was zwei Millionen Euro kostet, einfach weil ich mir denke, Bruder, wenn ich da eine Kratzer drin habe, Ja, same. Selbst wenn ich ein Milliardär wäre, wenn ich da eine Kratzer drin habe, dann ist es so, ah, Bruder, nee. Ja gut, bei Milliardär, ich glaube, du scheißt drauf. Guck mal, du kannst dir das tausendmal holen, so ein Auto, was eine Million kostet, als Milliardär kannst du dir das tausendmal holen. Und ich glaube, dich juckt das halt einfach nicht so. Zumal du ja bei einem Kratzer, dass du es ausbessern musst, das kostet dich vielleicht bei so einem teuren Auto zehntausend Euro, dann sagst du aber, zehntausend Euro ist ja scheiße. Also, es ist scheiße drauf. Also, für uns, für uns wird das weh tun, so. Ich sag's ja, wie es ist, ich hab in meinem Auto einen Kratzer, ich bin, äh, boah, wann war denn das? Vor drei Jahren oder so, und das ist halt nicht mal ein kleiner Kratzer oder so, und dann bin ich früher, ähm, zum, äh, also, so auf der, auf der Türe, auf der Seite, ne, und das geht so von der vorderen Türe auf die hintere Türe. Und dann bin ich so zu so einem Dude hingegangen, und der hat halt gemeint, ja, der wird das für 600 Euro, würde das machen. Weil das ist halt dann so ein bestimmter Lack, was weiß ich, und den musst du irgendwie dreimal beschichten und den ganzen Spaß. Mhm. Und ich hab gesagt, na, das ist mir zu viel Geld, weil es ist mir eigentlich egal, so, dass ich einen Kratzer hab, und so drei Jahre später, das ist mir halt immer noch komplett egal, und ich denk mir so, ja, halt, wenn ich das Auto verkaufe, dann, ja, dann, ich fühl das. bisschen weniger Geld. Ja, ich, bei mir ist ja auch, mein ganzes Auto ist ja komplett beschädigt, seitdem, da jemand Fahrerflucht begangen hat, und mir ins Auto reingefahren ist. Ähm, ich hab mir das Auto, ihr müsst euch vorstellen, dass, ich hatte davor einen Skoda, und den hab ich verkauft für 5000 Euro, also der war noch relativ gut, ja, der war fünf Jahre alt oder so, und dann hab ich mir von meinem Schwiegerpapp das Auto abgekauft, so einen VW, und für 4000 Euro. So, das ist aber, weißt du, wenn ich das jetzt ausbessern würde, das, was da an Schaden ist, weil ich kann's nicht über die Versicherung machen, weil, da ist halt irgendjemand mir reingefahren, so, und ich müsste das dann selber bezahlen, ähm, dann, dann würde das üblich, viel Geld kosten. So, jetzt fahr ich die ganze Zeit mit dem beschädigten Auto rum, jetzt waren wir, ja, vor drei Wochen waren wir in Prag gewesen, so, dann, dann, geh ich so ans Auto, so einen Tag später, auf einmal merke ich, jemand wollte bei, bei mir in die Autotür ein, oder die Autotür generell einbrechen, und hat halt versucht, ja, na klar, wusstest du das nicht? Na klar, nach Prag? Ja, in Prag. In Prag? In Prag, natürlich. Das war am Hotel. Wir wollten losfahren, ah ja, das weißt du gar nicht, weil ihr seid ja noch einen Tag geblieben, und da haben sie ja so die Wege getrennt. Ja, und da haben sich, jemand wollte in dein Auto einbrechen. jemand wollte in dein Auto einbrechen, also, warum in deinem, meinst du es mehr wert? Nee, es ist doch viel dümmer, es ist ja noch viel dümmer, ich weiß noch nicht mal, was sie wollten. Pass auf, da war, also, bei der Autotür ist eigentlich noch so eine, ähm, so eine kleine Verschlusskappe, so, die war auf, die war schon so aufgespalten, sag ich mal, aber die, die ist runtergeflogen, ne, war alles gut, die konntest du auch wieder ranknipsen, da hat alles funktioniert. Und dann hat man gesehen, dass halt jemand mit irgendeinem Werkzeug versucht hat, diese Autotür da aufzumachen, ne? Los. Also, also nicht an der Tür direkt, sondern am Autoschloss, so, und der hat es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und vor allem, ihr müsst euch überlegen, in meinem Auto war wirklich gar nichts, also nichts, man konnte nichts klauen. Da waren original, weil wir das vergessen haben rauszunehmen, noch Weintrauben drin, die wir zur Fahrt gegessen haben, bis nach Prag. Da waren Weintrauben, was willste, hatte der Hunger, wollte der extra das Auto aufknacken, um Weintrauben zu essen, die vor allem schon verschrumpelt waren. Ich glaube, das wäre dann sogar legal, wenn du gerade am Verhungern bist und dann einfach was essen musst, dann wäre er legal in dein Auto angebrochen. Aber das wusste ich nicht. Und ich bin direkt neben euch geparkt. Hast du neben mir geparkt? Nee, du warst weiter vorn. Bei diesen Schrägen. Ja, du warst bei den Schrägen. Ich war noch ein Stück weiter hinten, aber es spielt so nicht die Rolle. Du hast ja euch bei Baumi und Kleb geparkt. Ja, ja, dachte ich mir auch so, Alter, wollen die mich verarschen? Zum Glück ist nichts kaputt gegangen dort. Ich wollte auch diesen Verschluss wieder ranmachen, weil das nervt nicht. Ich weiß, mir ist zuvor noch ein Spiegel kaputt gegangen, dann das. Ej, das ist zum Kotzen wirklich. Ja, vor allem, wenn du dann im Ausland auch noch so einen, halt irgendwas hast, so, dass irgendwie das Fenster jetzt eingebrochen wird oder sonst was, dann kannst du erst mal dort zur Reparatur fahren. Dann ist, wenn du Glück hast, auch noch Sonntag und da sind nur noch ein paar Dinge offen oder sonst was. und das ist dann nach, also wir sind einmal nach Polen gefahren, weil meine Mom kommt aus Polen, und dann sind wir, das ist aber schon länger her, und da sind wir dann mit dem Auto drei Stunden oder sowas unterwegs gewesen und dann ist einfach random ein fucking, was war das überhaupt, ein Fassaden oder irgendein Vogel ist einfach, äh, wollte abheben und ist halt dann einfach vor das Auto und voll auf die Windschutzscheibe. Und War ja auch noch so ein großer Vogel. Ja, ja, eben, ne, der war dann eh halt tot, obviously, wenn du mit 100 kmh gegen einen Vogel fährst, so, und dann erst mal dort stundenlang stehen geblieben und gewahrt, bis uns irgendwer abholt und so, ach, so Kopfspitzen. Es gibt irgendwie keinen perfekten Augenblick, das denke ich mir so oft, immer wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann denke ich mir so, bitte jetzt kein Stau, bitte jetzt kein Unfall, bitte jetzt nichts. So, kann ich nicht einfach mal entspannt mit dem Auto fahren und dann fährt mir irgendwer rein oder so, weil dann habe ich es hinter mir. Ja, Statistik gesehen, äh, geringere Chance, dass es noch mal passiert, ne? Ja. Ach so, ist das so? Naja, theoretisch schon. Na ja, gut, also geringer, weiß ich jetzt nicht. Theoretisch kann dir einen Tag später wieder jemand reinfahren. Das ist richtig, ja, aber wie hoch ist die Chance? Mein Papa hat früher, äh, oder, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, er spielt halt hin und wieder mal Lotto, ne? Was halt, was halt, eine komplette, eine komplette Geldverschwendung ist, aber da zahlst du halt zwei Euro für so ein Ticket und dann bei der, ähm, Trafik, wo er immer das halt kauft, hat, ähm, hat irgendein Dude das Gewinnerlos halt gekauft oder ich weiß nicht, ob es irgendwie, oder, oder nicht Lotto oder, weißt du, so, es gibt halt ein Los und das hat er halt bei der Trafik gekauft und zweimal ist es irgendwie dort von der gleichen Trafik oder sowas ist es dann gewesen und seitdem kauft er nicht mehr dort, weil, weil, jetzt ist das Glück vorbei dort. Jetzt ist das Glück, ja, das ist sehr gut, also du hast auf jeden Fall Wahrscheinlichkeitsrechnungen studiert, ja, weil, wenn du schon eine 6 gewürfelt hast, dann kannst du nicht nochmal eine 6 bekommen, das ist das, ist halt einfach so. Das ist tatsächlich so, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, so, wir haben jetzt lange über Casino geredet und über Geld und so, ich fand's aber spannend, ja, ich glaub, da kann man viel drüber reden, da kann man viel, viel drüber reden. Aber mich interessiert das auch immer, wie die Leute halt mit Geld umgehen, weil ich bin, ich bin halt einfach, ich will nicht sagen, geizig, aber selbst, wenn ich jetzt 100k im Monat verdienen würde, würde ich mir denken, okay, dann verdiene ich das mal ein bisschen und dann schauen wir, ob ich genug Geld habe, um davon zu leben. Ich glaub, man hat auch immer so ein bisschen die Angst, ne, ja, reicht das? Oder man will immer halt so gut, wie es geht eigentlich sparen, also zumindest geht's mir so, so gut, wie es geht sparen, halt für schlechte Zeiten. Ja. Also ich denk mir auch immer so, ne, 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 ich weiß das Geld und so für schlechte Zeiten oder halt mal Hausbau und so und Spaß, Urlaube. Das ist eigentlich so das Einzige, für was ich Geld ausgebe, ist halt wirklich so Technik für Stream und so und Spaß und Urlaube. Mehr ist es nicht, halt und Unterhaltungskosten, das ist ganz klar. Ja, aber Urlaub, da gibt's auch so, in meiner alten Firma, das will ich noch kurz erzählen, in meiner alten Firma, meine Arbeitskollegin, die Tamara, ne, die Tamara, die, und ihr Mann, die haben halt, äh, und die haben halt Kinder, ne, und die haben halt jetzt nicht so viel Geld verdient, ne, ihr Mann hat, ich weiß gar nicht mehr was gemacht, war jetzt nicht großartig, also die, die haben halt nicht viel Geld gehabt, aber die haben halt immer das ganze Jahr gespart, um dann eine oder zwei Wochen alles komplett, äh, auszugeben im Urlaub, irgendwie so mehrere tausend Euro auf einmal, für halt eine Experience in fucking Dubai, oder was weiß ich wo, in dem heftigsten Hotel und sonst was, und das wäre mir halt einfach viel zu schade drum, wenn ich mir denke, ich habe jetzt monatelang gespart, und jetzt muss ich das auszahlen, jetzt muss ich wirklich den heftigsten, ja, darf er eben überhaupt, weil sonst war das wasted. Ja, ja, nee, keine Ahnung, also, ich will ja schon noch so ein bisschen Geld davon überhaben, für andere Sachen, ne, also, ich bin ja ähnlich wie du, ne, ich glaube, wir denken da relativ gleich. Ja. Wobei, wobei ich persönlich immer so sag, ne, ähm, bei Urlaube, sag ich mir, kann man sich auch mal was gönnen. Ja, sicher. Einfach, weil das ja so die Zeit ist, wo du mal abschaltest, dafür arbeitest du ja auch irgendwo, dass du dir halt dann die Auszeit nimmst, und einfach auch mal ein bisschen entspannst, und, äh, so, das ist das, wofür ich halt mal Geld ausgebe, aber das war's dann eigentlich auch. Ja. Genau. Thailand für irgendwelche, na? Ja, ja, also, da gibt's, gibt's so gewisse Etablissements. Ja, genau. Die kann man da besuchen, und, äh, ja, Thailand machen wir noch, ja. Wir gemeinsam, oder was? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben zwar beide eine Freundin, aber, äh, wir müssen, alles, was in Thailand ist, bleibt auch in Thailand, ja. Es muss ja nicht mit einer Frau sein. Ja, es muss nicht mit einer Frau sein. Weiß ja vielleicht auch nicht, ob's eine Frau ist oder nicht. Dinge passieren. Dinge passieren. Und wir können es nicht beeinflussen. Genau. Das ist dann einfach so. Wir haben jetzt hier lange drüber geredet, ich würde fast sagen, ähm, es ist eigentlich nur noch eine Sache passiert, die können wir aber ganz kurz abhandeln, und zwar, für die Leute, die es nicht wissen, Alicia Jo, auch eine, ja, ich würde nicht mal sagen, eine Meinungsbloggerin. Sie ist ja eher so eine Fakten-YouTuberin. Also, sie erzählt hat, was Farse ist. So, ohne jetzt viel ihrer eigenen Meinung dazu noch zu sagen. Aber zum Teil macht sie es auch. Ähm, Alicia Jo kennt wahrscheinlich auch die meisten. Sie wurde gestrikt. Von Live2Go. Das ist ein Reiseblogger, es sind so zwei Reiseblogger, irgendwie so ein paar. Und, äh, Alicia hat irgendwie ein Video gemacht, das habe ich mir leider nicht angeschaut, zu Reisebloggern und Steuer, alles, was die so an Steuern, ähm, sparen und so ein Spaß. Und scheinbar hat sich Live2Go so angegriffen gefühlt, dass sie sich gesagt haben, ey, ich strike jetzt, Alicia Jo weg. So, dann, jetzt, jetzt ist genau das passiert, was Live2Go wahrscheinlich nicht wollte. Alicia Jo hat noch ein extra Video dazu gemacht und extra nochmal gezeigt, ey, Live2Go hat mich gestrikt. Die sind echt nicht so cool und das war keine gute Idee. und, ja, Alicia hat dann noch in diesem Video gesagt, ey, hier, die waren das und, äh, die könnten jetzt vielleicht anwaltlich dagegen vorgehen, je nachdem, ob das passiert oder die nehmen diesen Strike wieder zurück. Und, sie hat das auch von ihrem Anwalt prüfen lassen und der meinte scheinbar, da ist alles, äh, dass alles eigentlich relativ eindeutig, dass Alicia dort gewinnen würde, in so einem Fall. Und, ja, also Live2Go ist jetzt dadurch noch mehr in der Kritik. Ich kanne den Kanal noch nicht. Die sind auch relativ inaktiv. Ich weiß nicht, warum die das überhaupt gejuckt hat, dass dann Alicia da ein Video dazu gemacht hat. Ähm, also, ich muss das sagen, ich muss dir sagen, ich hab das null mitbekommen. Ich hab das erst, äh, vorhin, kurz, bevor wir jetzt mit der Aufnahme gestartet haben, haben wir noch kurz das angesprochen, aber ich kenn mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wenn du wen strikst, dann ist das Video ja offline, ne? Ja. Genau, weil, kannst du nicht irgendwie auch so, irgendwie so, claimen quasi, dass du halt dann das Geld davon bekommst, von dem Video? Ja, ich weiß nicht, ob das so easy ist, mit dem Claim. Also, es muss schon dann eindeutig sein, dass man sagt, ey, hier, das kannst du claimen. Das geht zum Beispiel bei Musik, geht das ganz oft. Ja. Dass Musiker sagen, oder irgendwelche Beat-Produzenten sagen, ey, das ist meine Musik, die du verwendet hast, das claim ich jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie es ausschaut, wenn du nur Zitate nimmst von Videos. wenn du bloß einen kleinen Clip ... Ja, auf Instagram hat sie halt so, so kurze Ausschnitte gezeigt scheinbar, soweit ich weiß. So, und das ist ja, das gilt ja eigentlich zum Zitatrecht, du willst etwas zeigen, oder du willst einen Punkt ansprechen, und nimmst halt diesen Beweis dafür, und dann sprichst du über diesen Punkt. Ja. Eigentlich kannst du das nicht claimen, weil in dem Falle ist ja das Zitatrecht da, so, darum geht's einfach. Ne, und ja, deswegen weiß ich da gar nicht, wie's da ausschaut mit Claim. Ja, eben, aber ich denk mal halt, yo, das ist halt irgendwo eh das einzig Richtige, was du halt machen kannst, ist, dass du, wenn du gestrikt wirst, dass du nicht einfach sagst, oje, das tut mir jetzt aber leid, und das nehm ich sofort runter, und bla bla bla, und dass du dann einfach sagst, yo, das ist nicht in Ordnung, hier, ihr wartet das, ihr könnt das gerne auch, wenn ihr das, wenn ihr so in den, vor allem, das ist ja nicht einmal, wenn ihr hunderttausende Klicks macht, die Alicia Joe, das ist viel Geld, was da flöten geht, und das wirkt sich auf den Kanal aus, auch algorithmus-technisch und sowas, das ist gar nicht lustig. Auf jeden, auf jeden. Ja, es geht ja auch, ja, finanzieller Verlust ist zum einen da, der Traffic ist nicht mehr da auf dem Kanal, und, also da ist schon einiges, auf jeden Fall, sie hatte gemeint, Alicia Joe hat gemeint, seit Oktober oder so, sah sie ja in dem Video, also das ist jetzt auch nicht gerade ein Aufwand, der so in ein paar Tage war, sondern das ist ein Aufwand, da ging die Recherche schon los, vor ein paar Monaten. Aber war das ein Video über die, oder waren die da halt einfach nur so auf? Nee, ich glaube über Reiseblogger generell, also ich glaube es waren mehrere, ich glaube es waren nicht nur die. Okay. Aber so scheint das gewesen zu sein. Reiseblogger in Thailand, oder? Das ist eine gute Frage, ich glaube Amerika irgendwie, also irgendwas mit Amerika, aber frag mich nicht, also mich juckt auch dieses Reiseblogger-Ding nicht. Die sind mir auch völlig egal gewesen. Ja. Ich habe jetzt nur das Video von Alicia angeschaut, da hat sie nochmal darüber gesprochen, weil sie da gestrikt wurde. Ja. So, wir haben wieder Instagram-Fragen. Wir hatten damals, also was heißt damals, wir hatten vor ein, zwei Wochen eine Fragerunde erstellt und da waren auch so viele Fragen offen, die können wir auf jeden Fall noch beantworten, weil wir das letzte Mal im Podcast nur so zwei, drei Fragen beantwortet haben, dachten wir uns, ja, jetzt haben wir eigentlich nochmal die Zeit, noch ein bisschen auf ein paar Fragen einzugehen. Und wir werden das öfter erstellen, öfter mal in den Storys, in den Sticker erstellen, wo ihr Fragen reinschreiben könnt, deswegen folgt uns auf Instagram. Dort heißen wir, glaube ich, Podcast-Rosebrot oder Rosebrot-Podcast, bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall bei Rosebrot findet ihr uns. Da ist unser Profilbild. Rosebrot-Podcast. Rosebrot-Podcast, liebe Freunde. Wichtig und richtig. Und da machen wir manchmal Storys und in diesen Storys könnt ihr dann uns Fragen stellen und dann haben wir das als Übersicht und können dann darauf eingehen. Ich glaube, das ist am entspannendsten. Und verlinkt uns auch gerne immer in eurer Story, wenn ihr die Podcasts anhört. Dann reposten wir das. Dann können wir wenigstens Instagram-Stories machen. Dann sind wir cool am Influenzen. Dann sind wir richtig cool am Influenzen. Ja, weil so Privates über uns, das findet ihr ja eh auf den jeweiligen Instagram-Profilen. Nicht auch direkt auf dem Podcast-Profil. Genau. Ja, wir beginnen jetzt einfach mal, okay? Johanna oder so hat geschrieben, ein bisschen privater, wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Ist halt jetzt natürlich ein sehr breiter Begriff mit Zukunft. Was ist Zukunft in einem Jahr oder in mehreren Jahren? Wie würdest du dir das vorstellen? Also ich habe auf jeden Fall vor, irgendwann mir ein Haus zu kaufen. Weil, wie gesagt, all das Geld, was ich halt jetzt quasi extra habe oder sowas, das fasse ich ja, wie gesagt, nicht an. Sondern ich denke, irgendwann wird sowieso ein Haus geballert. Irgendwann werde ich auch Kinder haben oder so. Bei mir ist halt so das Ding, ich bin jetzt 24, ne? Und ich habe so oft schon, ich weiß nicht, das ist so ein Alter, wo halt deine Eltern und die Eltern von deiner Freundin und so alle immer so, na und, wie schaut es jetzt aus mit Hochzeit? Und wie schaut es jetzt aus mit Heiraten? Und wie schaut es jetzt aus mit dem und dem? Was, wirklich schon jetzt? Ja, ja. Okay, krass, ja. Ja, das ist halt so ein Alter, wo das halt viele Leute machen, ne? Auch früher, also, Also ich fand, das war früher so. Aber ich finde, heutzutage ist es nicht mehr so, dass man das halt so. Du, ich habe einige Freunde, die schon Kinder haben und die ein Haus haben und was weiß ich was. Und das ist halt auch einfach, das machst du ja nicht spontan, sondern das entscheidest du halt. So, wenn ich jetzt mit 26 ein Kind haben will, in zwei Jahren, dann würde ich halt jetzt schon drüber nachdenken, ne? Ja. Aber bei mir ist das halt so, ich mache mir halt null Stress, dahingehend, weil es ergibt jetzt auch recht wenig Sinn, weil jetzt bin ich gerade erst selbstständig geworden. Ich weiß noch nicht, wie das in ein paar Jahren ausschauen wird. Ich weiß nicht, wie, das ist, meine Freundin ist gerade im Studium und der ganze Spaß, also es ist, im Moment ist es keine so Zeit, wo ich einfach sagen kann, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich heute in einem Jahr bin. Ich habe null Ahnung. Also du bist noch nicht so sehr zukunftsorientiert, dass du sagst, ey, in fünf Jahren stehe ich da. Das kann ich halt nicht abschätzen. Ja, das ist auch schwierig. Ich würde gerne in fünf Jahren Kinder haben, ein Haus haben und halt einen geregelteren Alltag, sage ich jetzt mal. Und ich tue halt alles, damit ich dort hinkomme. Aber du kannst es halt nie wissen. Vor zwei Jahren habe ich dir nie gesagt, dass ich YouTuber bin oder sonst was. Ich hätte gedacht, dass ich in irgendeinem Büro sitze und arbeite. Ja, also der Plan ist Haus, Kinder. Es ist auch so, es kommt auch immer mal was dazwischen. Also bei mir war es ja ähnlich so, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Irgendwie, da ging es ja auch manchmal darum, wie schaut es aus mit Kindern, wann wir Kinder haben. Also meine Freundin, die ist zweieinhalb Jahre älter als ich. Also sie ist jetzt 26, ich bin 24, sie wird aber schon dieses Jahr im Dezember 27. Und sie hatte eigentlich mal gemeint, so mit 26, 27 möchte sie ein Kind haben. Aber keine Ahnung, so dann ist YouTube noch reingekommen, dann ist das alles auch noch so ein bisschen größer geworden und man möchte die Welt auch erkunden, man möchte reisen und so. Und dann läuft das alles nicht so, wie man sich das vielleicht vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Also ich finde auch, sowas wechselt sich immer wieder. In einem Jahr denken wir vielleicht ganz anders und sagen, ey hier, die Haus will ich gar nicht, Kinder vielleicht will ich gar nicht und so. Ja, wobei Kinder schon, also irgendwann schon, aber vielleicht konzentriert man sich erst mal so auf sein Leben, dass man es alles auf die Reihe bekommt, dass man gefestigt ist in der Selbstständigkeit, dass man vielleicht noch was anderes aufgebaut hat, keine Ahnung. Das ist halt so das Ding, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich denke mir, wenn ich jetzt zum Beispiel seit, weiß ich nicht, sechs Jahren in der gleichen Firma bin und genau das Gleiche mache und quasi seit sechs Jahren so das genau gleiche Leben führe und alles sehr geregelt ist und halt mit meiner Freundin auch, die macht dann seit Jahren das Gleiche und sowas, dann kannst du sagen, ja okay, dann wird es wahrscheinlich in zwei, drei Jahren genauso sein, deswegen können wir uns darauf einstellen, dass das und das passiert. Aber einfach weil halt so viel abgegangen ist, so die letzte Zeit, wirklich, das geht halt wirklich so schnell, ist halt einfach so, yo, ich spare auf dem Haus so gut wie es geht und dann, wenn es halt passt, kriegst Kinder und dann wird es, es ist sowieso das ganze Leben so drunter und drüber. Also an heiraten, zum Beispiel von meiner Freundin, die ihre beste Freundin, die heiraten dieses Jahr, ich weiß, ich bin gar nicht so, das ist so konservativ, das ist so altmodisch, dieses heiraten, ich bin irgendwie nicht so, also mich juckt das nicht so, weißt du was, das ist vielleicht fürs Steuern sparen und so ein Spaß, da hast du irgendwelche Vorteile, aber das ist dann auch, ich glaube, das ist so der Grund, weshalb ich das machen würde, aber so heiraten, ich finde es sehr altmodisch. Aber du bist, du bist auch nicht in der Kirche, ne? Ich war, lange Zeit. Ja, okay. Ich war getauft, gut als Baby wurde ich getauft, aber ich habe Christenlehre immer mitgemacht, ich war immer, jede Woche irgendwo und dann noch jeden Sonntag in der Kirche, bloß dann, dann Konfirmations- und Spaß und als ich dann so ein bisschen älter war, 19, 20 oder so, dann habe ich gesagt, nee, auf die Scheiße habe ich keine Lust und ja, vor zwei Jahren habe ich dann auch gesagt, ey, ich will keine Kirchensteuer mehr zahlen, ich finde diesen Bums, 9% dann noch extra irgendwie von mir abzugeben, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, also nee, auf so eine Scheiße, nö, da habe ich keine Lust und ich finde auch so, weißt du, ich finde, Glauben und so und Religion ist was, was im Kopf ist und nicht eine Institution, wo ich Geld hingeben muss und ich finde, ja, ich finde viele Sachen super altmodisch, auch, also ich denke auch nicht, dass das, was in der Bibel steht, dass das alles richtig ist, dass es wahr ist und so, es gibt so viele Geschichten, die einfach aus dem Paulanergarten entstammen oder beziehungsweise stammen müssen, ja, nee, keine Ahnung, also ich bin da nicht ganz so, so dieses Hardcore-Ding. Ja, na, ich bin auch ausgetreten, ich finde das, ich sage immer so, ich bin neidisch auf die Leute, die wirklich religiös sind und glauben, weil das muss so, also das hört sich so blöd an, aber es muss so ein nice Leben halt einfach sein, weil du, weil du einfach dir in jeder Situation so denkst, so ja, es gibt jemanden, der auf mich aufpasst und so, weißt du, was ich meine? Ja, da muss es echt krass führen, dass du dieses Feeling hast. Ja, aber dann unterstützt du halt auch diese Organisation gerne und sagst dir, oh, ich will es supporten und bla bla bla. Ich finde, ich fände es, natürlich fände ich es auch besser, wenn man sagt, man zahlt so viel, wie man selber will, ne, aber kommt halt dann insgesamt weniger raus und die Kirche ist halt einfach eine Institution, die viel an Geld gebunden ist und die, ja, ich finde aber, eine Kirche, die muss es doch, ich finde, eine Kirche muss es doch schmackhaft machen, und dass jüngere Leute damit reinkommen. Weißt du, du gehst jeden Sonntag, also ich habe das ja mitbekommen, jeden Sonntag gehst du in diese Kirche und singst ein Oma-Lied nach dem anderen und denkst dir so, Alter, wann ist dieses Dreckslied vorbei? Es geht zehn Minuten, der Typ, der die Orgel dort betätigt, weißt du, der stirbt fast, so, weil du denkst, ey, der hört auch nicht auf damit und dann hast du da einen Facher, also es gibt natürlich auch Facher, die machen das auf eine coole Art und Weise, habe ich auch kennengelernt, aber dann gibt es so Facher, die, ey, da schläfst du ein, weißt du, ehe der einen Satz rausbringt, da denk ich mir auch so, da hat sich irgendein anderer schon dreimal im Grabe umgedreht, so, das ist einfach unangenehm. Ja, und vor allem, du sitzt dann drinnen, ne, weil ich weiß das ja auch, ich wurde auch getauft und gefirmt oder konfirmiert, ich weiß gar nicht. Bist du katholisch oder ewig? Katholisch? Ja. Dann wurdest du gefirmt, ja. Ja, okay. Siehst du gut käme ich aus, ne, aber dann ist du drinnen und keine Ahnung, irgendein Lied kommt aus, was weiß ich, was für ein Album von Jesus und halt alle können das so, so auf, also jedes Wort exakt singen und denken, hä, warum können sie das alle, aber es ist halt wirklich, die Kirche, früher hat komplett Sinn ergeben im Mittelalter und sonst was oder wo sich die Leute, das hat sich jetzt böse angehört, aber so, da gab es noch keine Wissenschaft. Einfach die, einfach wie, wie das halt aufgekommen ist, ne, da hat das Sinn ergeben, dass sich die Leute etwas suchen und quasi das damit erklären können, ne, aber jetzt ist halt so, ähm, die Menschheit kann sich so gut wie alles erklären, klar wissen wir jetzt nicht genau, wie ist das Universum entstanden oder sonst was, aber wie gesagt, ich bin nur aus der Kirche ausgetreten, weil ich wirklich null Prozent dran glaube, ich glaube zu null Prozent an irgendwas, was irgendwas mit Religion zu tun hat, nichts, und deswegen ergibt es absolut gar keinen Sinn, dass ich in der Kirche bleibe, es wird genau so viel Sinn ergeben, wenn ich, äh, 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 wenn ich jetzt jüdisch wäre oder ein Moslem oder sonst irgendwas, es wird exakt so viel Sinn ergeben, weil ich halt gar nichts glaube, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, ich brauch's, ich muss es nicht supporten, ich find's nice, wenn das jemand macht, ich bin neidisch auf die Leute, die religiös sind, ähm, weil das sicher ein sehr beruhigendes Gefühl sein muss, aber ja, also heiraten will ich schon, ne, aber, halt kirchlich nicht, obviously, ne, ja, fühle ich, fühle ich, also ich will auch irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Kinder willst du haben? Schon 20. 20? Zwei oder so. Jetzt, ich bin auch so zwei, ich sag immer so zwei, weil ich selber mit nem Bruder aufgewachsen bin und es war eigentlich ne schöne Zeit. Ja, zwei und halt vielleicht irgendwie so, Hauptsache Mädchen, Hauptsache Mädchen. Was, Hauptsache Mädchen? Ja, also bei mir auf jeden Fall Junge, Hauptsache Junge. Wenn ich einen kriege, du kannst den haben. Ja, geil, und wenn mir eine Tochter will kommen, dann kriegst du, die Tochter. Ja, passt. Ja, das machen wir so, dann machen wir ein Tauschgeschäft. Aber wir dürfen das auch nie unseren Kindern aneinander erzählen, so unseren leiblichen Kindern. Boah, war wirklich so komisch. Ja. Aber ich schnall, wie ist es sächsisch auf die Welt? Stell dir vor, mein Kind, was bei dir lebt, spricht einfach sächsisch. Ja. Es wird schon voll ausgestoßen und mein Kind ist einfach so, oder dein Kind ist so österreichisch, übelst der Dialekt hier. Und dein Kind wird dich so fragen, so, ja, Papa, Alter, warum habe ich so einen langen Schwanz? Das ist ja gar nicht normal in unserer Familie. Da ist dein drittes Bein. Ah ja. Ach ja, geil. Ja. Ja. Du musst das leben. Ey, okay. Ey, wir müssen, okay, nächste Frage. Ähm, was war euer absolutes Lieblingsfach in der Schule und warum? Das kommt jetzt urdumm, wenn ich das sage. Religion. Weißt du warum? Weißt du warum? Du musst nicht lernen. Du musst jetzt nichts machen. Du kriegst, ja genau, du kriegst fix eine Eins. Ja. Du musst nichts, das ist schon Part zwei, du musst nichts machen. Du musst für nichts jemals lernen. Ich habe, einmal hatten wir einen Test in Religion, aber das war sowieso, das war komplett unnötig. Und, du machst nicht mal irgendwas, was mit Religion zu tun hat. Ich bin jemand, ich hate den Religionsunterricht aus Leidenschaft, weil wir haben nie irgendwas gemacht, was Sinn gehabt hat. In der anderen Schule, wo ich dann war, haben wir jedes Mal im Religionsunterricht nur Filme geschaut oder gar nichts gemacht. Okay. Deswegen, Religionsunterricht war einfach eine Zeitüberbrückung und das war die Schule generell für mich deswegen. Nice. Okay, also Religion ist so, weil es am einfachsten war. Also ich muss sagen, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war eindeutig Sport. Oder vielleicht sogar auch ein bisschen Kunst, weil so Kunst war einfach, du hast halt nichts gemacht und hast dann irgendwas gemalt oder so und es war halt nicht viel Theorie. Du konntest einfach so ein bisschen Scheiße machen, hast ein bisschen gemalt, Musik hören oder so und Spaß und dann war es das. Was war denn das Schlimmste? Das Schlimmste Fach war Chemie. Zu 100 Prozent. Ich habe Chemie nie verstanden und werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht verstehen. Ich hätte es auch gesagt. Ja? Nice. Ja, aber ich wirklich, also Chemie war wirklich mein Fach, wo ich, da habe ich mich mal fünf Wochen hintereinander gedrückt, zum Chemieunterricht zu gehen. Fünf Wochen. Wie machst du das? Du gehst dann einfach, während du die Cluster hast, gehst du aber nicht hin? Ich, wir hatten, also ich kann es so erklären, wir hatten erst zwei Stunden Geschichte, dann zwei Stunden Chemie, nee, zwei Stunden Geografie und dann zwei Stunden Chemie gehabt und ich bin zum Geschichtsunterricht gegangen, zum Geografieunterricht gegangen und dann habe ich gesagt, dass ich Magenschmerzen habe und dann bin ich nach Hause. So und dann die nächste Woche habe ich meinen Eltern gesagt, ey hier, mir geht es nicht gut. So, fahre ich wieder zu Hause und dann habe ich mich auch einfach mal abholen lassen, so, weil es mir auch wieder nicht so gut geht und dann, das ging immer wieder und das hatte den Grund, wir hatten in Chemie immer eine mündliche LK, immer vor dem Unterricht immer die mündliche LK und ich verstehe schon die Theorie generell gar nicht so, ich habe gar keine Ahnung von Chemie, wirklich, ich habe es nie verstanden und mündlich bloßstellen zu lassen vor der ganzen Klasse in Chemie fand ich jetzt auch nicht so nice, weil wir hatten eine sehr große Klasse, wir waren 30 Leute knapp und wenn dann 30 Leute dich auslachen, weil du dich nur blamierst, so, hatte ich keine Lust drauf. Ja, aber irgendwann musst du halt rankommen und dann war ich halt einmal da und kam halt dran und habe eine 4 bekommen. So, da war ich übel zufrieden, ohne Scheiß, ich war so erleichtert, ich habe mich so gefreut über meine mündliche 4, weil ich mir so dachte, geil, ich habe es jetzt hinter mir, ich habe eine 4, es ist keine 6 geworden, es ist okay, es ist die 4. Ich war eher so Chemie, war auf dem Gymnasium, bei mir so eine 4, auf der Oberschule dann halt eine 2, weil ich ja gewechselt bin, aber ich weiß auch nicht wie. Ich schließe Scheiße. 4 ist ja gar nicht so schlecht, wir haben gar keine Sechsen bei uns. Ach so? Bei uns geht es nur bis 5. Ah, okay. Also 4 ist halt schlecht, aber war auch so mein Standard, war auch so mein Ziel. Na, Chemie, Physik habe ich gehasst. Ja, Physik konnte man noch ein bisschen was mit dem Tafelwerk herleiten, aber so Chemie ging ja gar nichts. So, was will ich denn mit einem Periodensystem? Denkst du, damit kann ich eine Rechnung in Chemie machen und so? Ja. Ach. Das ist wirklich. Und es bringt, also es bringt dir dahingehend was, wenn du irgendwas mit Chemie jemals zu tun hast, aber in wie viel Prozent der Berufen musst du wirklich, bringt dir das irgendwas? Legit. Nee, es bringt dir gar nichts. Mathematik in jedem. Religion, äh, bringt dir ja als, also menschlich etwas. Na, Sport bringt dir was. Deutsch bringt dir was. Engel, Chemie, nichts. Ja, vielleicht ein paar Fundamente, aber die lernst du halt auch in kürzester Zeit wahrscheinlich eh, wenn du dann ein Studio machst. Oder wenn du irgendwann arbeiten gehst. Ja, 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 sowieso. Wenn du ein Studio machst, dann... Das ist eh. Immer anders. Ah, okay. Ja, gehen wir weg von diesen Drecks Chemie. Ich hasse Chemie. Ja. Chemie ist schmerz. Was habt ihr vor YouTube gemacht? Ich glaube, das wissen einige Lehrer gar nicht. Was warst du Chemielehrer? Ey, ich war Physiklehrer. Lol. Waren wir in der gleichen Schule? Ich war Religionslehrer auch noch. Ne, ich war hier, Dings in Österreich, hab ich, war ich Lehrer, ja. Ja. Hab ich Physik. Doch, dass es keine Sechsen gibt. Ja, ich hab Physik gemacht und so Kunst, aber halt so Skulpturen, so nackte Skulpturen hab ich so... Vita Deus. Ganz genau. Vita Deus. Du haust so einmal auf diesen Eisblock oder auf diesem Apo-Block und auf einmal hast du eine Skulptur. Genau so war's. Ja, ja, ja. Na, was hast du gemacht? Hau raus. Äh, ich war Arzieher. Also ich hab zwei Jahre Sozialassistent gemacht und dann drei Jahre die Arzieherausbildung zu machen und dann hab ich noch ein Jahr Arzieher als Beruf ausgeübt und dann hab ich gesagt, äh, nö, YouTube und Twitch ist dann doch noch ein bisschen cooler. Ja. Ich muss doch ganz kurz meinem Kollegen schreiben, dass ich 15 Minuten später... Okay. 15 Minuten später... Ich geh dann Fußball spielen. So. Ach du Scheiße. Also warst du Fußballer davor? Äh, ich war Profifußballer. Ja. Gespielt bei der FHK Austria-Wien, ne? Ja. Ja, Spaß. Äh, ich hab... Ich hab in der Ausbildung als... Warst du schon fertig? Ja, ja, ich war schon fertig. Das ist jetzt... Die Frage ist jetzt an dich gerichtet. Was hast du gemacht? Ähm, aber ganz kurz, wie lange hast du gearbeitet als Erzieher? Hast du das auch gesagt? Ja, ein Jahr lang hab ich gearbeitet als Erzieher. Okay, dann war das jetzt ultra unhöflich, ja. Ja, das ist sehr unhöflich tatsächlich. Entschuldigung, entschuldigung. Schön, dass du nochmal nachgefragt hast und auch nochmal den Zuschauern damit zeigst, dass du sehr unaufmerksam bist hier. Aber ein Jahr lang ist ja gar nicht mal... Hast du sonst nichts gemacht? Ich hab in... Ich hab das halbtags gemacht. Ein Jahr. Und hab währenddessen halt noch YouTube und Twitch gemacht. Ja, ja, schon. Okay, warte mal. Ja, und da durfte ich halt noch so Hälfte, Hälfte verdienen. Seit wann verdienst denn du... Also, seit wann lebst du von YouTube? Seit Mai 2021. Seit knapp zwei Jahren. Okay, okay. Ah. Ja, na klar. Ich bin schon ein alter Hase. Wenn du Fragen hast, hast du ja gar kein Problem. Ich geb dir Tipps. Ich bin mittlerweile auch schon 24. Ja, ja, ja. Ding. Na, ich hab... Ich war damals ultrascheiße in der Schule. Ich hab null ins Schulsystem reingepasst. Aus zwei Gründen. Ich hab eine ganz schlechte Aufmerksamkeitsspanne, wie man vielleicht mitbekommen hat. Und ich hab ein fucking unglaublich schlechtes Gedächtnis. Ich vergesse alles. Same. Alles immer. Ähm, und das ist nicht gut, wenn du dich nicht konzentrieren kannst. Und wenn du dich mal kurz konzentrierst, dann vergisst du sowieso wieder. Das heißt, Schule war keine Option mehr. Dann hab ich eine Lehre gemacht. Mhm. Ähm, als Industriekaufmann. Das war sehr nice. Und in der Firma, wo ich war, ähm, hab ich auch sehr, sehr viel gesehen. Also ich war in acht Abteilungen, glaube ich, in acht verschiedenen Abteilungen. Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Einkauf, Post, alles. Alles hab ich mitbekommen, ne. Und Berufsschule war auch ganz lustig und das alles. Und dann war ich... Dort mal im Büro, dann war ich dort mal im Büro, dann war ich auch mal im Lager. Einfach, weil ich dieses Büro-Ding, das war mir dann so ein bisschen so zu Stock im Arsch. Weißt du, was ich meine? Ja. Bisschen zu... Es ist nicht so das, was dich so erfüllt. Es ist oft sehr, sehr trocken. Du sitzt halt auch so nur am Schreibtisch und so, guckst in den Monitor rein. Das mach ich jetzt auch. Das ist auch nicht die Erfüllung, ne. Ich wollte grad auch drauf hinaus, ja. Nein, aber das ist dann auch wieder mit meiner Konzentrationsschwäche und sowas, da hab ich dann oft Fehler gemacht, so schleißige Fehler und das ist halt dann auch einfach, dann fühlst du dich halt auch einfach nicht gut genug, ne. Und alle Kollegen sind irgendwie besser in dem, was sie machen, als du und keine Ahnung. Dann war ich im Lager. Das war auch ganz cool, weil ich da viel so... Das ist halt einfacher. Das ist mehr so, keine Ahnung, du denkst, da hinten hab ich eine Palette, das, das und die muss jetzt dort rüber. Also ich hab jetzt nicht großartig viel so herumdisponiert oder sonst was, aber das war trotzdem ganz cool. Oder so Warnannahme hab ich gemacht. Dann irgendwann hab ich, war ich im Homeoffice und hab so quasi, ähm, mit Liefer... Also mit, bei einem Lieferservice und hab so Kontakt gehalten mit den Leuten, die halt grad liefern, ne. Wenn jemand einen Unruhr hat oder sonst was, dann hat er mir geschrieben oder wenn der Kunde nicht erreichbar ist. Und dann, das war auf ein Jahr befristet und die haben mir angeboten, dass ich verlängere, aber dann hab ich in dem Moment, konnte ich schon von YouTube leben und hab dann gesagt, nein, ich verlängere nicht und seitdem... Nice. Also seit wann kannst du von YouTube leben? Seit einem Jahr, ne, ungefähr? Na, warte mal. Wann bin ich denn... Lass mich ganz kurz überlegen. Ja. Bei? Nicht mal ein Jahr. Nicht mal ein Jahr. Nicht mal ein Jahr. Das war... Ich würde behaupten, August 2022. Ah, okay. Also erst knapp ein halbes Jahr. Oder länger. Na, länger als ein halbes Jahr. Also ich kann's dir nicht so genau sagen. Ich muss jetzt nachschauen. Aber früher waren halt alle meine Videos gelb. Und ich hab die im Nachhinein erst überprüfen lassen, weil ich war... Ich hatte nicht genug Zeit, um vorzuproduzieren, weil ich halt Vollzeit gearbeitet hab plus YouTube-Videos alle vier Tage gemacht hab. Ja. Und dann irgendwann hab ich mich ein, zwei Wochen, hab ich voll reingehustelt, dass ich vorproduzieren kann. Und dann hatte ich... Also alles, was ich hochgeladen hab, war automatisch gelb. Hab's überprüfen lassen. Und dann irgendwann hatte ich so viele Videos im Vorhinein, dass ich nur noch grüne Videos gepostet hab. Ja. Und dann hab ich gesehen, okay, ich kann wirklich davon leben. Nice. Und ich brauch den Job nicht mehr. Und jetzt bist du hier. Im erfolgreichsten Podcast der Meinungsblogger-Geschichte. Das ist doch... Das ist absolut wichtig, ja. Das ist doch immens wichtig. Ja. Ja, aber das war doch auch schon mal eine sehr interessante Geschichte. So, hier wird noch geschrieben. Habt ihr schon mal ein Video bereut? Ja. 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 Doch schon. Also, es kommt oft vor, dass wenn du irgendein aktuelles Thema... Es ist schwer, ein ganzes Video zu bereuen, aber wenn du ein aktuelles Thema hernimmst, dann ist halt schnell mal so, dass du postest ein Video und irgendwie am nächsten Tag oder ein paar Stunden später kommt irgendwas extrem Wichtiges dazu. Ja, ja. Ja, das ist echt. Und dann schreiben aber... Und dann checken das die Leute nicht, dass du das vorher schon gepostet hast. Und die schreiben dann, hä, das ist ja falsch und das ist ja gar nicht mehr drinnen oder sonst was. Und das ist dann... Ja, das ist dann Arsch. Ja, also ich glaub so... Ja, gut, man muss immer so sagen, du bist ja noch gar nicht so lange mit diesem Video produzieren, du bist ja noch gar nicht so lange am Start. Also ich glaube, ich hab mehr Potenzial, Fehler zu machen. Und das war auch so. Also ich hatte damals, ja, einige Videos gemacht, wo ich so unüberlegte Dinge auch gesagt hab. Da hab ich jetzt mir keine Platte gemacht, naja, was denken jetzt andere darüber? Sondern so, ich hab halt mein Zeug gesagt und da rutscht immer mal irgendwas Falsches auch mit raus. Und ja, also definitiv, man hat schon einige Videos gehabt, die man auf jeden Fall bereut hat oder wo man auch die Videos dann offline genommen hat. Ja. Also ich hab auf jeden Fall auch... Es passiert dir schneller mal, dass du etwas richtig sagst. Aber es falsch rüberkommt. Und deswegen sind dann Leute angepisst auf dich. Mhm. Und dann denkst du dir halt auch, ja, es macht ja keinen Sinn, das Video online zu lassen, nur dass halt dann noch mehr Leute angepisst sind, obwohl du es halt nicht gemeint hast, ne? Ja. Ja. Ähm, das war übrigens gerade eine Frage vom Lennart, 2611. Okay. Shoutout Lennart. Shoutout an Lennart. Geiler Typ. Äh, dann haben wir noch eine Frage, die heißt, äh, welche Musik hört ihr so? Von Guy Name The Tam. Keine Ahnung. Krasser Typ. Ja, welche Musik hörst du so? Was bist du für so für ein Fan? Du bist doch bestimmt... Also bei dir, du bist Österreicher, du hörst gern Schlager. Fick's nicht. Na, warte, ich geh kurz auf Spotify. Äh, letztes gehörtes Lied tatsächlich. Du musst das dann mal noch sagen, für die, für die Spotify-Leute. Steak im Mund von Pustens auf die Jüngling. Der erste Rap mit auf die Jüngling. Das ist kein Scherz. Nein, ich hör viel, ähm, lass mich mal kurz nachschauen. Ich hör viel so, so Youngblood, Bring Me The Horizon, ähm, Poor Stacy. Psalm 41 hab ich extrem viel gehört. Aber halt auch so, keine Ahnung, Borgor hab ich extrem viel gehört. Skrillex früher. Oh ja, Bangerang. Naja, hast du das abgespielt oder hast du das grad nachgemacht? Das hab ich grad nachgemacht. Ah, okay, ich dachte kurz, das hat sich genau so angehört. Ja, ich weiß, ich kann das perfekt imitieren. Da brauchst du mir keine, nichts weiter sagen. Ich kann das. Ja, also ich mag, ich mag so Dubstep, Rockmusik und sowas, aber halt auch so Rap und so Trap-Elemente, ne? Ja. Ja, das ist auch entspannt. Und du, mein Freund? Weil ich bin eher so im Deutsch-Rap schon immer gewesen, aber ich finde so diese Szene, so diese übelste Gangster-Szene ist voll unangenehm, weil es so unauthentisch ist. Ähm, ich bin derzeit ja so auf diesen leichten Trip, so dieses, den kennst du nicht, das ist in Dresdner Gruppe. 0, 10, 9, 90. Vielleicht kennst du auch das ein oder andere Lied so, draußen ist es frisch und ich dreh mir noch zwei. Also ja, die haben dann ein sehr bekanntes Lied rausgehauen. Ähm, auch mit Crow haben die das Lied glücklich rausgehauen und so einen Spaß. Und so Vico 6-3? Ist das so die Schiene? Ja, ich glaube, das könnte so eine Schiene sein. Gut, Vico kenne ich jetzt nicht, aber das könnte so, der hat so einen Namen, Vico 6-3, das könnte so hinkommen. Okay. Mein letztes Lied, was ich jetzt angehört habe, war Schnelle Brille. Schnelle Brillen von 0, 10, 9, 90. Gut, dass es nicht fokussiert ist, aber egal. Ja, ja, aber ich habe da schon mal so ein Video gesehen von denen. Ja, ich feiere die, also da gehe ich auch zum Konzert mit meinem Bruder. Denen habe ich auch Konzertkarten mitgeschenkt. Und Crow höre ich mir gelegentlich ganz gern an. Das ist immer so, das geht immer einfach. Ja, aber ich bin jetzt nicht mehr so dieser, ne, irgendwie Kollege oder irgendwelche anderen, Farid Bang, irgendwelche, die so ein bisschen härter draufhauen. Keine Ahnung, mir macht es keinen Spaß mehr. Aber auch, wenn das jetzt so authentisch wäre, wenn jetzt wirklich jemand so, keine Ahnung, wer ist denn authentisch, oder authentisch, so Jizzes oder sowas, weil so Leute, die nicht... Weiß ich nicht. Ach nee, das ist auch nicht so meine Musik. So Jizzes, gut, vielleicht mal ein, zwei Lieder, wo man sagt, okay, was man so kennt, so Palme aus Plastik und so ein Spaß. Ja, ja. Was auch so, nie ohne mein Team. Das kennt man, das ist jetzt auch nicht schlecht. Aber so dieses, ich habe den abgestochen und so, und dann profiliert man sich damit, wie krass man doch ist und dass man ja schon im Gefängnis war und so. Das ist einfach, weißt du, du zeigst damit einfach deinen sozialen Abstieg und feierst den auch noch. Also, das ist für mich so nichts, wo ich sage, ey, damit identifiziere ich mich, das ist geile Musik. Da denke ich mir eher so, Junge, du bist einfach sau peinlich, wenn du dich profilierst, wenn du irgendwen mal abgestochen hast. Fix. Fix, jetzt kommt mir erst. Ich habe voll viel Lil Peep und Ex, also Ex is Ex Tentation gehört. Ich habe sogar Tattoos so von denen. Jetzt komme ich jetzt drauf. Du hast Tattoos von dem? Von Ex Tentation. Der ist ja gestorben, ne? Ex, ex. Ja, ich hatte, ich weiß nicht, ob man das, wird man jetzt fix nicht sehen, aber ich habe da so ein Ex. Auf dem Penis. Ach nee. Da, da auf dem Penis, da ist so ein Ex, ne? Ja, ja, ja. Der war noch am Leben, blöderweise. Also blöderweise. Und dann ist er gestorben und dann habe ich so einen Kranz drum gemacht. Ah. Und ich habe so ein Crybaby-Tattoo habe ich auch. Okay. Ja, aber das ist, ja. Also auch so im Ami-Rap warst du unterwegs? Ja, also Deutsch-Rip höre ich null. Also fast gar nichts. Wenn dann nur ganz wenig Lieder, vielleicht mal so Pasha-Nim oder so. Oder eben Simba ist ganz, das ist halt mehr so lustig, ne? Auch Husten-Sorft-Jüngling ist halt eher nicht das Deutsch-Rip. Pasha-Nim habe ich immer so im Kopf so, Sommergewitter in meinem Klub. Also dieses Sommergewitter, übel geiles Lied. Das habe ich auch mega gefeiert. Alter, Paris ist ein Paris-Freestyle-Scorilla-Remix. Das ist der beste Song, den Pasha-Nim jemals gemacht hat. Okay. Da muss ich mir mal noch reinhören. So geht das. Okay. Ja, nee, da muss ich mal noch reinhören. Ob du das nicht kennst? Ja, kenne ich bestimmt. Ja, ja. Ja, mach nochmal. Sing nochmal. Komm. Was ist denn so Lyrics? Drei Tage draußen Paris und ich hab 30 auf mir. So ungefähr. Ich glaube, ich habe das vor kurzem erst gehört. Ich glaube, ich habe das vor kurzem erst gehört. Das hatte ich jetzt wirklich dran erreden. Nein, nein, nein. Weil irgendeine Textstelle davon. Irgendwie hat es mich erinnert an was. Ich habe das vor kurzem, kam so Pasha-Nim auch in der zufälligen Playlist mit rein. So, weil wenn die Playlist vorbei ist, dann kommen irgendwelche Random-Lieder. Und da war, glaube ich, auch das Lied. Also, ich kann mich erinnern, dass da irgendwas mit Paris war. Ja. Wahrscheinlich, wenn du das siehst. Du weißt, ich habe es drauf. Ja. 010, 990, wir. Ja, auch. Best Buddies, wir. Genau. 6-9, if you see this, hit me up, bro. X-X, Tentay. Ach so. Oh Gott. Ach so. Oh ja. Jetzt ist mal wieder. Nee, Ruhe in Frieden, bro. Ich habe es aber nie gehört, muss ich an der Stelle sagen. Deswegen. Also hier so X-X. Junge, ich denke jetzt mal an Temptation. Nee, X-X. Tentation, ne? Tentation. 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 Okay. Ja, ich glaube, mehr Fragen sind gar nicht, oder? Das sollte jetzt nicht respektlos rüberkommen, ne? Also, äh... Hier steht jetzt nicht mal mehr Fragen. Was ist, Lennart? Steht noch eine Frage. Ja, stellt auch noch eine Frage, Lennart. Meine Fresse, bist du bescheuert. Warte, ist bestimmt noch irgendwas. Ja. Ja. Okay, das ist eine dumme Frage, die nehmen wir jetzt nicht mit rein. Tentation, ähm... Warum haben wir hier mit Meinungsblocks angefangen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe nicht mal mit Meinungsblocks angefangen. Ich habe, äh... Also, also, obviously, ich habe so früher Fashion-Content gemacht und so, aber ich habe auf dem Kanal, auf Kaiser, der hieß früher Kaiser News. Ja. Ja, ne? Und mein Plan war es eigentlich nur, ähm, so, halt quasi wie so eine Wochenshow zu machen. So wie halt TJ das hat, du hattest das ja auch mal kurz, so Alphalüse, aber auch sehr schleißig durchgezogen, muss man an der Stelle mal auch kritizieren. Ja, okay, ich habe das schon eine Zeit lang immer mal durchgezogen, dann mal wieder aufgehört, aber mittlerweile denke ich mir auch so, nee. Das ist so billig, weißt du, was ich meine? Irgendwie, das ist nicht so ein Video, wo du draufklicken willst, so, das... Ja. Das ist so Content, den produzierst du, da drückst du einmal drauf und dann war's das. So, oder wenn du es nicht aktuell angeschaut hast, so, dann, dann interessiert dich das Video auch nicht mehr. Ja, ja, eben. Und das ist halt so das Ding, da bin ich halt dann schnell draufgekommen, so, weil du kannst dich halt, obviously, das ist jetzt kein Geheimnis, kannst dich halt mit so größeren Namen oder Skandalen oder sowas, danach suchen die Leute. Und wenn du klein bist, was ist? Du hast für die Klicks gemacht. Ja, natürlich. Du hast, du bist YouTuber und hast, hast Videos für die Klicks gemacht. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Nein, also, ich wollte halt so, weißte, News bringen, aber halt, also, obviously, aktuell und halt so cool verpackt und das alles. Aber das Problem ist halt, erstens, die Leute, die nehmen sich die News von größeren Leuten, wie eben TJ-Cake-News, sind auch riesengroß. Und wenn du da schon ein, zweimal das gesehen hast oder so oder du bist gerade nicht hundertprozentig aktuell, dann, wozu sollten die Leute noch dein Video anschauen? Plus, du hast ja dann mehrere Themen, das heißt, die Leute skippen durch dein Video durch und das ruiniert dir die Watchtime. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, so, es bringt nichts. Beziehungsweise, es war ja, da haben wir ja letztes Mal in der letzten Folge das angesprochen, da war ja das Ding mit KuchenTV und Gina. Und dann war, das war, ich glaube, sogar mein erstes eigenständiges Video so. Das war einfach auch News, aber halt so, weil das Thema so groß war, habe ich halt einfach ein Video daraus gemacht. Und das hat den Leuten so gut gefallen und das hat so viele Aufrufe bekommen und da habe ich das halt einfach einfach so gemacht. Ja, ich finde, es gibt nur einen Sinn, weshalb du diese Videos machst. Das ist natürlich, also, oder mehrere, es gibt schon mehrere Sinne, aber du machst das, weil es leichter Content ist. Du brauchst dir keine Gedanken machen, was machst du für ein Video? Du weißt, in den News, da kannst du immer irgendwelche Sachen reinpacken, hast ein Video. Ja, das ist jetzt nichts bei einem Meinungsblock, wo du jetzt richtig recherchieren musst, gucken musst, ja, was macht der so und wo sind die Hintergrunddetails und so. Da bist du ja viel fokussierter und musst dann auch gucken, dass du es irgendwie in einer gewissen Zeit schaffst. Bei einer News, da weißt du, über was du redest und das ist super leichter Content. Ja, eben, aber du musst es halt auch aktuell machen und dann, das Problem, was ich dann oft hatte, war, ich habe keine Ahnung gehabt, weil wenn nichts passiert, worüber redest du? Du musst News bringen. Du kannst nicht einfach sagen, na, diese Woche gibt es keine News, die Bild-Zeitung postet auch jeden Tag irgendwas, die sagt nicht, naja, heute ist nichts passiert, schade. Dann musst du aus jedem Dulli-Thema irgendwas Interessantes schaffen. Genau, ja. Das ist gar nicht mal so easy. Aber das ist auch eine gute Übung, so generell so für dieses Meinungsblogger-Ding, weil ich habe oft so, ich habe jetzt, habe ich das so oft, die Hälfte von meinen Instagram-Nachrichten, willst du wissen, was das ist? Ich habe mal so ein Video gemacht über den, über den König von Deutschland, ne? Ja, Thomas. Genau. Und der hat so ein Lied und das ist so Kanal Telemedial und so. Und der ist jetzt auf TikTok unterwegs und der macht halt immer so Livestreams, wo er tanzt und also, oder er singt und die Leute tanzen dazu und die können da alle reinjoinen und sowas. Und die Hälfte von meinen Instagram-DMs sind nur, machen wir bitte ein Video über Thomas. Noch eins, eine Fortsetzung. Aber es gibt nichts. Ich glaube... Seine TikToks, seine TikTok-Livestreams, wie soll ich daraus 10 Minuten Content machen? Ich habe, ich, pass auf, ich bin kaum auf TikTok unterwegs, aber Tina hat mir das letzte Mal ein TikTok geschickt, so dann war ich kurz auf TikTok. Auf einmal kam der mir, wurde der mir angezeigt. Dieser Thomas. Der hatte 11.000 Live-Zuschauer. Ich glaube... Du hast den aber auch aus Versehen, ich meine, es ist ja auch dein Content, also du hast den auch nicht übel gepusht, glaube ich. Ja, könnte ich. Weil viele Leute auf dich reagiert haben. Ich glaube, ein Rezo, hat ein Rezo auch mal drauf? Ich glaube, ein Rezo auch. Stay. Es hat doch jeder möglicherweise mit drauf reagiert. Ich habe auch drauf reagiert. Ja, auf einmal kannte jeder diesen Thomas. Ich wusste davor auch nicht, was ist denn das für ein Dulli? Da hat er 11.000 Zuschauer bei TikTok gehabt. Ja, Shoutout, ich gönne ihm das. Das ist so, ich mache mich so über den Lustig und sowas, aber der Typ, der zieht durch. Er zieht durch. Der hat sich doch eingeschissen vor der Kamera. Also, der hat... Nee, war das der Typ, der sich eingeschissen hat? Oder war das ein anderer? Ja, ja, ja. Oh ja, oh ja. Das hast du bei Stay gesehen, ne? Ich glaube, das war das. Ja, bei Stay habe ich das gesehen. Du hast das gar nicht gezeigt. Ja, nein. Ich habe das doch gar nicht gesehen. Nee, irgendwoher habe ich das gesehen, dass sich dieser Thomas angeblich bei... Da hat er mit jemandem telefoniert und wollte zeigen, wie Gras oder furzen kann. Und dann hat er so gefurzt, dass er sich eingeschissen hat, scheinbar. Ja, irgendwas war da. Ja. Aber ich finde... Ich finde es mega lustig. Und ich schaue das auch gerne an, weil dann sitzt du da so drin und singt so... Oh, boah, 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 irgendwas... Irgendwie so eine... Wie so eine Sekte einfach oder wie bei Spongebob, wenn du so... Keine Ahnung. Das erinnert mich an Spongebob. Kennst du diesen Hippie? Diesen Opa-Hippie? Äh... Bei Spongebob, der... Der ist... Also nicht diesen Surfer? Ja, ich glaube den Surfer. Ja, 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 ich glaube, das ist so ein Hippie da. Ja. War das? Spongebob... Spongebob... Hippie. Ja, wobei es gibt mehrere Hippies. Aber ich... Einmal war Spongebob und Patrick Hippie, aber ich dachte, es gab auch direkt einen... Einen Charakter, der auch aussah wie ein Hippie. Aber ja, der Typ war auf jeden Fall ein Hippie. Ne, gut, das ist er nicht. Ja, aber es gab irgendeine Person bei Spongebob, die sah aus wie ein Hippie und ich fand, der hat mich sauer erinnert an diesen Thomas. Ja. Na, aber das finde ich halt auch lustig, wenn du... Ich weiß, also er hat mein Video ja eh... Er muss es ja gesehen haben, in letzter Zeit geht das extrem ab, mein Video. Ja. Einfach, weil er wahrscheinlich so viele Zuschauer auf TikTok hat. Na, aber... Ja, ich denke, ich habe das auch geguckt, ich habe Kommentare angeschaut und da wurde so gesagt, naja, ist nicht so cool, wen ihr da unterstützt und sowas. Und da wurde so ein Kommentar geschrieben, da wurde so geschrieben, ja, aber warum denn? Und dann so, ja, schau mal das Video von Kaiser an, ja, das da zusammengefasst. Über den Thomas jetzt, oder was? Ja, über den Thomas, genau. Ja, jetzt ist halt... Also da werden auch deine Videos geteilt und dadurch wird das nochmal alles ein bisschen hochgepusht. So, okay, 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 ja, ja, also... Er ist jetzt in meinen Augen... Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er irgendwas Schlechtes großartig gemacht hätte oder sowas, er hat halt seine Diskussionen und so und das ist halt... Das kann man dann, glaube ich, selber abschätzen, ob man da jetzt beitreten möchte oder nicht. Aber es gibt auch Livestreams, die sind auf jeden Fall unterhaltend, deswegen... Ja, wenn er ja seine Musik macht, fand ich auch lustig. Irgendwie habe ich das letzte Mal einen Clip gesehen, da war Phoebe dort bei Thomas und hat so Fortnite-Tänze gemacht und sowas, währenddessen der sein Uka Buka gemacht hat. Ich weiß nicht. Sonst ist er einfach nur lustig, er ist einfach nur unterhaltsam. Ich sollte auch mal joinen, oder? Ja, mach doch mal. Ey, lass mal zusammen scheuen, so für Roastbrot. Den holen wir uns als Gast rein, oder? Ja, Mann. Und dann macht er hier wirklich eine anderthalb Stunde, macht er hier seine Musik. Ja. Und wir singen so telemedial. Ja. Ja, das wäre schon lustig. Ach, ja. Na, ist eine schöne Zeit, die wir da haben gemeinsam, oder? Ich denke doch. Ist krass, ne, wie die Zeit vergeht. Ja. Wir haben, ja, es fühlt sich an, als hätten wir so 10 Minuten geredet, einfach so eine Stunde, 40 Minuten bei mir gerade auf der Uhr. Ja, ja. Wahnsinn. Safe. Wahnsinn. Ja. Aber dann würde ich es auch schon langsam abschließen damit, dass ich rechtzeitig zu meinem Fußballding komme. Ja, ehrlich. Man soll ja nicht, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, ne, habe ich von Jeremy Fragrance gelernt. Ich wünsche dir auf jeden Fall an der Stelle gut Kick in die Runde. Dankeschön. Ich hoffe, ich werde den Ball treffen. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, aber ja, nochmal, danke an alle, die, ähm, auch danke an Lennart, ne, dass, äh, dass ihr Fragen gestellt habt. Na, wirklich, Lennart, es tut mir leid, dass wir uns... Nein, besonders Lennart möchten wir Danke sagen. Besonders Lennart, ja. Wir hatten eine supergute Frage gestellt. Lennart, liebe. Der arme Lennart, halt for real. Nein, Lennart, Lennart, cooler Typ, ehrlich. Lennart, wenn du das hier hörst, schreib uns bitte nochmal eine Frage irgendwann auf. Ja, also das Return von Lennart, da hätte ich Bock drauf. Ja. Einfach noch so eine Lennart-Nachricht beantworten, wäre schon geil. Ja. Lennart wäre schon leiband, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, stellt uns sehr gerne Fragen, dann können wir so ein bisschen so abschweifen mal, auch generell, ja, wie gesagt, das ist jetzt die, die Casino-Thematik gewesen und das halt mit Alicia Jo, aber das ist halt noch so neu, das habe ich gar nicht erst mitbekommen, ne, deswegen, da kann man, ähm, gut und gerne mal so, äh, ja, ausweichen ist das falsche Wort, ne, aber so ein bisschen so abschweifen, ich glaube, das ist auch ganz interessant, wenn man so ein bisschen was über uns erfährt, ne, ja, und lasst auch unbedingt, und das merken wir auch, das ist super krasse Support, ja, mit 1.800 5-Sterne-Bewertungen, das ist insane nach drei Folgen. Danke. Ja, danke, und lasst unbedingt, wenn ihr das jetzt hört, und ihr habt das noch nicht gemacht auf Spotify, lasst eine 5-Sterne-Bewertung, der Link zu Spotify, falls ihr das auf YouTube hört, ist in der Beschreibung, ganz oben. Denn wir versuchen jetzt in den ASMR-Podcasts in die Schiene überzusteigen, deswegen, Freunde, ja, warte, kann ich hier, warte? Man hat nichts gehört, man hört immer noch nichts. Dann ist beim Mikrofon einfach zu schlecht, egal. Mein Mikrofon ist zu beschissen. Freunde, ähm, lasst uns auf jeden Fall gerne, wie gesagt, eine Bewertung da, lasst gerne Fragen da, folgt uns gerne auf Instagram, weil da können wir euch reposten und repostet auf jeden Fall, falls ihr das jetzt gerade schaut, ähm, also postet das gerne und markiert uns einfach, dann reposten wir euch. Machen wir. Machen wir, genau. Wir sind immer voll empfänglich dafür. Genau. Und, ja, äh, wir machen wieder so eine richtig schöne Abmoderation wie immer, oder? Genau, wieder schauen und reingehauen, meine Freunde. Äh, tschö mit ö. Äh, tschüsseldorf. Äh, bis bald, Rian. Äh, see you later, Crocodile. San Francisco. Ja, mehr hab ich nicht. Bis später, sieh'n ihr, Leute, ja. Macht's gut, tschau. Bis später, sieh'n ihr, Leute. Bis später, sieh'n ihr, Leute. Vielen Dank.